Oh, Frozen hat einen Apes gemacht. Okay, das war meine Waffe, da ping ich. Oh ne, jetzt habe ich mir ein Zeus gekauft. Willkommen. Egal. Bei CSGO mit dem Lenkrad. Ich kann nicht kaufen. Die demontieren gerade darüber, dass das Kaufen scheiße wird, aber ich sage ganz ehrlich, nein. Jetzt spiele ich auch mal mit Lenkrad hier. Mach ich nicht mit dem Lenkrad. Ich würde sagen, ohne Rampe, ja? Nur über Rampe hier. Ja. Nur Rampe. Okay. Ja. Das war ein Wurzeln. Die habe ich alle belegt. Und diesmal habe ich wirklich mit Lenkrad gespielt. Hast du vorher nicht? Du. Komm her, hier. Unterscheid auf Pistole. Oh, ich habe mein Lenkrad abgekauft. Okay. Aber ich glaube, dass er jetzt mit dem Lenkrad spielt. Oh, ich kann auch nach unten gucken. Das habe ich mir alles gebeindet hier. Ich kann mich nur nicht so schnell umdrehen. Das ist ja schon so, dass er einen dezenten Vorteil hat, ne? Nein. Ja, natürlich hat er einen Vorteil. Hey! So. So. In den Inventier der Steuerung, da kann man sich gewöhnen. Aber an das, was wir hier machen, ne? Ich weiß nicht, das Lenkrad kann man sich auch irgendwie gewöhnen, aber nicht zum Shoppen. Da bin ich raus. Ich weiß gar nicht mehr, wo meine Shift-Taste ist. So, ich wäre soweit. Glaub ich. Ich habe, glaube ich, alles Wichtige belegt. Kann... Klasik kann... Klasik kann Luca der Runde spawnen? Ich weiß es nicht. Ja, kann ich. Na dann, komm rein. Viel Spaß. On my way. Der... Come on! Jungen, das wird ätzend. Jawoll! Luca, ich habe die Runde geholt. Hä? ERP, das... Hey, ich habe doch ERP gedrückt. Der ist ja Kevin auch da. Let's to go. Schleck's doch mal, hallo. Ich muss erstmal gucken, ob das überhaupt alles so funktioniert, wie ich es eingestellt habe. Schleck's doch mal, Alter. Das ist die größte Frage. Ich bin noch gar nicht drin. Schleck's doch mal, weil der Standort das bei mir ist, Alter. Ich muss schon gegen Lobbyer, es dauert genug. Nimm den Carry. Ich gehe gar nicht drin. Ich gehe gar nicht drin. Ah fuck, ich habe Rechtsklick gar nicht belegt. Egal, ich spiele hier keine Aave. Da... Na? Na? Kommt die Rampe? Ich warte. Ich darf für dich warten. So, was ihr gerade seht, ist... Da hab ich auch schnell gedreht. Das könnt ihr leider nicht sehen. Also meine Physik könnt ihr nicht sehen. Ja, das ist immer ohne B, ne? Ähm... Sorry, go. Damit du sie wieder runterklicken kannst? Das mache ich gerade erst mit dem Gaspedal. Der ist doch fast von den zwei Strichen und dem einen Strich. Was dann nicht? Wenn ich mittleres Gas halte, bin ich auf der Mitte. Was schon ätzend ist. Wenn ich Gas gebe, gehe ich hoch. Ich muss das passieren. Wenn ich loslasse, gehe ich nach unten. Dauerhaft. Wow, Glasi. Ich bin enttäuscht von dir. Glasi, zu viel Geld. Musst du erst mal drei Granaten kaufen. Warum habe ich ein Zeus? Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Hauptsache Glasi streamt gerade TeamSpeak und die Einstellungen von dem Programm. Ja, für Luca die Einstellungen. Aber brauche ich ja nicht mehr. Von so einem Grund brauche ich drei Jahre zum Joinen mit Logi. Das ist magic. Eigentlich will ich nur mal gucken, ob ich das denn kriegen kann. Ach da muss das nicht. Ich muss hier weg. Wie fällt? Ja, ja, ja. Ich hätte das Game aus Frozen Perspektive gesehen. Kannst du auch das kurz sehen. Deine Glückwunsch war mir nicht mehr. Nee. Du warst mir ziemlich nah an der Fresse. Ach. Psycho. Ach. Erstmal scheiß CSGO ein bisschen leiser stellen. Ich höre nichts. Na. Und wenn wir uns dann eingespielt haben, habe ich gehört, spielen wir eine Runde Ranked? Ah ja. Genau. Nee, ist klar. Fühl mich auch. Ich spiele erst dann Ranked. Und wenn wir dann auch wieder mit Tastatur und Maus spielen, anstatt mit Lenkrad. Kuckuck. Klasse. Wo bist du? Kuckuck, die kleine Fetze. Mach dieses scheiß E-Spot-Ding weg. Mach dein Headset an Frozen. Ich höre ihn die ganze Zeit. Wo? Sag, ist hier irgendwo. Ja. 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 Jetzt darf ich's joinen. Komisch. Warum ist das Spiel immer noch so scheiße laut, obwohl ich's auf 10% stehen habe? Ich werde einfach nicht leiser. Ich bin abgehauen. Das ist eine sehr gute Frage. Ich kenn's dir da nicht an... Was bin ich? Ja, aus der Position, wo ich dich zuletzt gehört hab, bist du abgehauen. Frozen ist da zweimal dran langgelaufen. Und daher, dass du die Scheiben nicht aufgeschossen hast. Nein, ich hab meine Waffe fallen lassen. Das hab ich mir gar nicht geweintet, Luca. Ich schon. So, 3. Schön Messer in die Hand nehmen. Luca, ich mach das hier. Schön A und D, ne? Schön strafen. Nein, ich hab schon wieder meine Waffen fallen lassen. Rückwärts einparken hier. Nee, mein Avatar driftet manchmal so'n bisschen. Äh. 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 Geweck, Frozen. 51 und 3. Immerhin. Glasi. Wegst doch mal das Fenster. Ich bin weg. Hau rein. Luca, komm. Ich hab ihn. Ich hab nen Engel. Ich hab das. Irgendwie. Ach, okay. Dann pushen wir ihn. Komm. Der ist die Bombe. Ach. Ähm. Hallo Julia. Vielleicht sollst du ihn doch nicht pushen. Wir haben eine doofe Idee. Wieso spielt ihr denn mit Lenkrad? Weil wir doof sind, Julia. Das weißt du doch. Wir sind doof. Die Idee hat Luca und dein Bruder. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt mache. Nachladen, meine du aber. Dieses Wochenende. Also ich hab's auch mein Rückwärtsgang gebandet. Weil ich hab hier ne Handschweifung. Naja, hab ich auch. Just M. No. Ich hab meinen Rückwärtsgang aber nicht belegt. Warum gehst du so? Weißt du, ihr habt alle ne Gangschaltung. Ich hab sowas nicht. Hehehe. Ich hab so hoch und runter. Nee, ist wirklich so hoch und runter. Ich hab so hoch und runter. Ich hab so hoch und runter. Ich hab so hoch und runter gegangen, Alter. Versteh nicht. Sonnenbrand wie Hölle? Ich weiß jetzt nicht, aber ich weiß jetzt nicht. Überraschend wenig. Sag uns auch gar nicht. Frozen Science. Wie drauf hatte. Ähm. Ähm. Ja. Ich hab's gleich. Guck die Tasse. Ein Furchtetasse. Ah. Das ist meine E-Taste. A. Das ist weird. Wenn ich mal noch mal die E-Taste Nehm auf A, ich wollte es los und supporten Komm ich stand vor der Tür, wie krieg ich die Tür jetzt auf? Ja, das ist so ein Endgegler, ne? Ich hab kein Geld, um mir irgendwie eine Waffe zu kaufen Ey, Glaser, gib mal Geld Ich wusste nicht, mit welcher Taste ich die Tür öffne Ach du scheiße, ich hab doch rechtstichtlich nicht gebeindet, du Idiot Ja, egal, brauchst du nicht Los, go, let's go Los, go, go, go Ich geh outside Oh, oh, okay, hab's gefunden Ich hab jetzt schon wieder vergessen Nein, nein Geht doch Er darf, hast du den Controller, Kollege Ach Als wenn der ist die Tür auf der Tür Natürlich hilft er dir, du kannst dich viel besser bewegen Der Controller ist ein fucking Vorteil Wuhu Also so wie die, so wie das Heiko gerade eben durch die Spray-Toilz Oh Gott ist das Oh Gott ist das Oh Gott ist das bodenlos ey Hauptsache du rennst mit einer Scout rum, Luca Ja, sie hat sich quasi weggegeben Hallo, runtergucken Warte, ich hab's gleich Ich hab's gleich Du wirst gleich geneift, du wirst gleich so geneift Lasi, wechsel das Fenster Ich geh save Ich geh save Ich geh save Alle drei im gleichen Team sind, aber egal Ich geh mal in der Gif Ich muss aber leider Gottes dazu sagen Frozen hat das jetzt sehr Also Frozen sieht das 2 5 Wie 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 ich mich bewege Ich kann ihn wegwerfen, nur mit Maus Bitteschön Dankeschön Hau ruhig mit kurz so Kommt das Wollt Frozen, komm begeben Wie mach ich das denn? Ja, du musst den Q setzen Kevin, Vorsicht Ah, wow Hä? Warte, rechts ist ein Du wirst einpacken Boah Also so schnell kann ich mich noch nicht drehen Feierabend Ich glaub ich mach mal kurz was anderes Und dann nehme ich das und das Und das und das Boah Ich geh lieber Ja, Digga, was soll ich dir machen? Ja, ich geh lieber dauerhaft vorwärts als dauerhaft rückwärts Aber ich bin dumm Warte mal Ne, Q war letzte Waffe, was war denn nochmal wegschmeißen? Äh, Q, äh, das war G Ach scheiße Aaaaaah I need to repaint something Let's go, let's go Let's go Zu viel Minecraft gespielt Jetzt lauf ich dauerhaft vorwärts Ich muss nix machen Nur wenn ich stehen bleiben will Gas rein drücken Geh weg hier Ich kann mit dem Gas rupsen und dann dreh ich mich schneller Das ist auch cool Weep Aaaaaah Aaaaaah Warte mal, ich hab hier E Aaaaaah E gibt's ja auch noch Aaaaaah Schön Das drehen dauert halt übel lange Ja Ich hab's so eingestellt, dass es relativ schnell geht Mein Controller hat einen weg Also Ja, ich würd nicht sagen, der hat einen weg Sondern äh Beispielsweise normalerweise war bisher immer X X war zum Hüpfen Boah, jetzt kann ich mich auch schneller drehen Ey, ich hab Molli von Psycho Äh Das da Äh Das da Und das da Und das da Und das da So Das fühlt sich an, als würdest du quer fahren irgendwie Aaaaaaah 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 Ups Aaaaaaah Die M's fallen wieder frustriert aber Oh shit Das hab ich gesehen, klar Ja, ich hab doch Ups gesagt Ich mein Spacko Hier Ja Mann, Mann Wenn ich halt rauskomme Ich doch rauskomme Äh Luka muss halt kurbeln Warte Also Jetzt kann ich nicht mehr in Wuppen gehen Also ich finde, dass die Ich finde, dass die großen Waffen doch sehr Lenkradfreundlich sind Jaaah Deswegen würd ich sagen, nennen wir die nicht Warum nicht? Meine Okay, dann machen wir's Eine, eine Retour Kutschus können wir doch kriegen Willst du mich verarschen? Ich bin nur mit deinem Gift dran, jaa Ne, das war ich Was hab ich den anderen getan? Komm her Alles klar Hab da was für dich Hab da was für dich? Warte, ich muss da mal kurz nach unten kommen So Warte, ich muss da mal kurz nach unten kommen Du Scheiße, der Busscher Ich hab dich nicht mal getroffen Liegt da ne Waffe für mich Kevin? Da liegt ne Negev Da liegt ne Negev Ah Leute, ich kann gar nicht rufwärts gehen Das ist keine Negev Ah Das Schlimme ist aufgrund dessen, dass ich jetzt Dualcam Basis habe Sieht man, wie ich am Lenkrad hier rumkurbel, ey Wir brauchen einen dritten Ich find's gut Was brauchst du? Wir brauchen einen dritten, also für uns einen dritten Go, go, go Na Weil auch wenn quasi meint, dass es einfacher ist Nein Trag mal Frozen Der guckt mir zu Ihr wisst wirklich So wie du teilweise verreißt, ja Also ihr wisst, welche Richtung ihr guckt Au Wuh Nein Verdammt Na gut Ich hab Schleichen noch nicht mehr belegt, heißt ich kann die ganze Zeit nur Fulgas drauf Ich hab Schleichen belegt, aber ich nutze es kaum Ich hab grad gar keine Finger davon, um es auf die Tasse zu drücken Das ist doch ne Schlimme Problem Ja Schön Glasi Glasi, wo ist du denn? Glauben die okay Oh, ich merk's grad Äh Äh Ich weiß, ich könnte noch hinschlaufen, ich krieg das Gas wieder los, das ist lustig Müssen wir das halt so machen Deswegen hab ich gelaufen an Gangschaltung dran Ne, da hab ich äh, Shop und alles, also auf eins hab ich äh, Falsch Mein WASD Was sind die Falltasten? Ich hab wer als Dave vierte äh, erster, zweiter, dritter, vierter Gang Weiß ich nicht Luca, äh Frozen, ich weiß nicht wo ich bin Ja wer möchtet, guck ich Plötzlich drehe ich ganz schnell und sicht der Bibi wieder ganz langsam, das ist ganz seltsam Ey, jetzt muss ich nicht wieder. Hm, kriege ich das denn hin? Ist die Taste anders von uns? Aber der müsste schon wieder umbäschern. Hm... What? Willst du das? Ja. Ja, wie... Das ist ja nicht so einmal die Knopfdrücke, das bleibt komplett durch. Der muss jetzt zweimal schnell drücken. Hm... What the fuck? Die planten auf... Ah! Bomb has been planted. Wenn hier keiner ist. Äh, hau ab, Psycho. Warte, ich dreh mal ne Runde hier. Komm! Nass! Was macht ihr da? Ich bin gleich dran, ich bin gleich dran für die Droh. Dass ich mich bewegen kann. Ah! Wo häng ich denn hier? Scheiße! Ich muss nachfahren. Aufwand! Mach! Warte Psycho, komm her! Nein, du sterbe! Aua! Wo ist Psycho hin? Nein! Psycho! Dass ihr das überlebt habt, ist einfach nur frech. Ja! Jaaa! Jaaaa! Es ist echt. Das war geil Psycho... Das war super Metal, Alter! Ich! Der Kapitel verzweifle, ich nicht du! Ja man kaputt! Jaaaa! Ich find's gut. Ich kann nicht mehr laufen. Warum darf ich nicht mehr laufen? Weil ich nicht darf. Nein, nein, nein! Gleich hab ich's, gleich hab ich's! Fuck! Ich hab Awe, Jungs! Genau. Doch was hab ich eh nochmal gehabt. Ja, ja, krass! Du hast keine Awe mehr. Lass ich's auf, K. Ich kann sich nicht mehr bewegen. Also, du hast mit deinen Worten immer so wachs wie ich. Ah, der jetzt, ja. Meine Pedale wollen nicht mehr. Als ob du SRB rennst, du Sau! Alter, mach mal nicht diesen! Weißt du? Nein! Au! Oh, leider langsam runter geht es assig. Boah, das tut weh! Stimmt, und springen hab ich auch nicht gefehlt. Der erste, der durchkommt, nicht schießen, weil ich spiel mit Maustastatur, aber ich mach nix. Der zweite ist... nicht mehr ich. Das bin ich, das bin ich. Das bin ich, das bin ich. Lass mal mach! Ich kann nicht ständig. Alles klar. Also, mal eben ganz kurz, ne? Irgendwie war das grad so ein richtigesiger Move von Slasi. Weil mit der Aussage, dort zu stehen und zu sagen, dass du nicht. Und da konnte es nur ein einziger Ort sein. Nicht unbedingt. Da darf ich ja auf der Tür sein können. Nein. Natürlich. Von der Tür aus kann er dich noch gar nicht sehen. Ja. Also sorry, Glasi, aber auf gar keinen Fall. Ja, dann sei du erstmal leise mit deinem Controller hier, ja? Also, der Controller... Okay, jetzt reicht's. Gut, du willst, dass ich Kontrollereinstellung habe, dann machen wir das doch. Controller. Ah, jetzt beginnt der Zickenkrieg schon wieder. Ja. So. Oh, ich hab' meine Nengue verkehren. Ich nicht. Du sollst ganz gerne mal ein bisschen mehr Licht geschehen, ne? Ja, ich bin. Und verliess trotzdem. Also, ne? Ja, war ich so komisch auf den Augen geguckt. Du zeigst viel Spaß mit der Nengue. Kuckuck. Kuckuck. Als ob du das... Als ob du das... Kuckuckuck. Frozen. Kuckuck. Kuckuck. Kuckuckuck. Kuckuck. 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 Kuckuckuck. 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 Schrauben, das geht mit zu schnell. Kuckuckuck. Kein Knuckuck. Kuckuckuck. Kuckuckuck. Ah, du dreckiger! Aua! Warte, guck, wie Teebeute ich? Wie hocke ich mich denn? Der war bodenlos! Mit C? Ja, du bist mit... Hallo? Ja, sorry, muss ich... Da! Jetzt bin ich glücklich! Steht noch am Spawn. Versucht gerade seine Steuerung zu fixen. So wie es ausschaut. Alter, wie bodenlos, ey! Bringt der mich einfach in einem Schuss weg, die Sau! Vor allem die wirkliche Standtür nur! Ich hab nicht mal weggezogen, sondern bin einfach nur links... Also so gelaufen, so nach links! Ja! Dass das Wunder wird, hätte ich niemals gedacht! Weiß ich mal nicht mal drauf auf die und der klickt mich einfach weg wie so ein... Weiß ich nicht! Counter-Terrorists win! Oh, der war aber so mies, ne? Oh, der sieht so keine Aufnahme von! Digga, das... Das war on-stream! Passt schon! Ja, aber von meiner Sicht her... Ja gut, da kann ich nicht mit dienen, tut mir leid! Hauptsache ich hab ein Problem mit meinem Kaufmenü, Alter! Ich auch gerade! Ja! Mit dem Controller hab ich aber auch die ganze Zeit nur Probleme! Äh... Okay! Der ändert jedes Mal wieder die Tasten! Ja! Zufallsmechanismus, ne? Bei dem Controller nicht geil! Ist schlecht, ne? Ja! Alles klar! Wenn du Bindungsprobleme! Ja, weil er gekickt wurde wegen afk sein! Ich hab gerade in den Shooter geschossen! Darf ich nicht zu Ende bringen, Schwabe! Was? Klar, sie wurde aus seinem eigenen Server gekickt, weil er afk aber! Nein, ich bin... Ich hab mein Spiel neu gestartet, um zu gucken, ob's jetzt vielleicht wieder geht! Ah! Dann dreh dich frotzen bei! Wir wissen nicht... Vor wann? Bitte? Natürlich, du bist der Host! Kannst du der Sitzung nicht beitreten? Ja, weil die Sitzung nicht mehr existiert! Oh! Logischerweise! Ah! Dein Ladung! Cool! Gucken wir doch mal was Schönes, was ich so im Inventar habe! Seid alles klar, sie rüber! Toll! Ja, cool! Ja, wenn du willst, kannst du auch mitmachen, aber dann normal spielen, meinetwegen! Wen? Wer? Wer? Wer soll mitmachen, Kevin? Die Schwester von Frozen! Oh! Oh! Aber momentan steht's 3 gegen 2, deswegen! Komm her! Es wär jetzt doof, dass... Es ist zwar doof, dass du dann jetzt mit Tastatur Maus spielst... Alles, was ich jetzt sag, würde wäre beleidigend, also komm her, wir nehmen dich auf! Psycho! Psycho! Mit dem kleinen Unterschied, dass Psycho von uns allen am wenigsten weiß, wie sie eigentlich spielt! Ist sie gut? Relativ! Ich hab auch nicht... Julia! Hey! Servus! Also ich glaube, ich bin genauso schlecht mit Tastatur, wie ihr mit Lenkrad, also... Ja guck mal, ist doch... I highly doubt that one, but okay! So! Als Ausgleich, weil wir nehmen Julia auf und wir sind so gnädig und so freundlich... Ich darf wieder mit Maus und Tastatur fliegen! Ne! Ey, was? Du kannst nicht mal kreuzweise, Kollege! Ah, mit Quicks komplett! Fick dich! Ich! Ich versus Bot! Fick dich! Ist nicht, Ingo! Gut! Bot und Glas! Ah! Ah! Stimmt ja, ich muss ja mein Lenk... Mein Gaspedal die ganze Zeit gedrückt halten... Oh, ist das ätzend! Bäh! Ich nicht! Deswegen hab ich Steuerung auf... Ich hab Schießen auf Gaspedal! Ich will ja nichts sagen! Ich will ja nichts sagen! Nein! Schießen auf ein Gaspedal? Ja! Warum? Weiß ich auch nicht! Weil er doof ist! Ich hab Schießen auf der rechten Schaltwippe... Und ich habe... Zielen also rechts gelegt... Tatsächlich mit X! Stimmt! Ich hab die Dinge jetzt komplett vergessen... Die Schaltwippen! Danke, dass du das saß! Könnt ich rechts wegkommen! Oh! Ich geh X! Ich bin sogar so klug gewesen... Hab mir gedacht... Okay! Links hab ich ja mein VASD! Dann mach ich mein Shift auf der linken Schaltwippe! Das geht auch! Ne? Wenn man mal schleichen will! Das geht, dass wir alle komplett unterschiedliche Steuerungen haben! Außer das Lenken natürlich! Ne? Na ja! Lenken ist links-rechts! Ne! Rechts-Links! Was denn sonst? Natürlich! Also wenn ihr das macht, dann kann ich aber auch nichts mehr einbüßen! Welche Mem eigentlich? Ne doch! Ich könnte... Mach random rein! Einfach random! Aber Julia ist noch gar nicht da! Bleib locker! Ja, mein... Ja, Tim denkt sich grad, ich war noch scheiße! So, rechts-Klick darauf! Alles klar! Danke dafür, Jungs! Ich frage mich gerade, wer guckt eigentlich noch zu! Ist aber zu voll mit mir in meinem Chat zu schreiben! Äh, ich war glaube ich gerade eben... Gibt mehrere! Stimmt, ich muss Kanal-Punkte farmen! Ach du Tretiger! Stimmt, muss ich ja auch wieder! Ne, du hast doch gar keine Punkte aufgenommen! Naja, ich hatte... Fürs nächste Mal! Achso! Stimmt! Okay, du solltest aber vielleicht deinen Streaming-Titel ändern! Ja, du spielst immer noch Guitar Hero bei mir! Eben! Als ob das Twitch nicht aktualisiert hat, diese dreckigen... Huren-Söhne! Wir sind nicht viel! Warum ist das mein Streck? Wir sind jetzt ein Jägermeister! Oh, Jägermeister ist eckig! Ja, aber ich hab hier noch ein... äh... Wir haben Vertigo gekriegt! Ja, Luca, komm vorbei und ich künke mit dir! Einfach nur nein! Ich würd sagen, wir machen einfach bei Teams alle auf automatisch wählen! Und ich kann immer noch nicht laufen! Na, was ist denn verschissen? Ey, Kevin! Er hat nichts aktualisiert! Streamlabs OBS, was ist falsch bei dir? Ich hab alles eingestellt! Armin, ich kann nach links und nach rechts laufen, weil ich das auf die Kalfe rumhabe! Wir machen jetzt nicht! Trapwalk! Ja, mehr kann ich nicht machen gerade! Kann nicht nach vorne und nach hinten laufen! Ja! Ja! Ich hab keine Ahnung, bei wem ich das Spiel spiele, aber... Ihr tut mir leid! Was war das? Ah. B, 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 B! Der Titel verstößt möglicherweise gegen die Moderationsrichtlinie deswegen! He 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 he! Nur weil ich drinstehen habe behindert! Wow! Das ist komisch da... Der Quermepp oder Akkurser hat? Fick dich, Alter. Fick dich, Alter! Wollen, ich hab Quermepp oder Koffein! Als ob die BEHINDERT einfach gesperrt haben! Ich hab mich auch zipper. Ich hab' ja so fett daneben geschossen. Oh. Ich hab' ja so fett daneben geschossen. Oh. Ach komm ich komm mit dir. Oh. Ah. Ja ja. Warte, hab ich immerhin. Oh mein Gott. Oh wow. Daiko, losguck dir. Komm, bisschen, bisschen hervorrufen. Oh no. Genau. Wir treffen überhaupt nicht. Im Laufen schießt es doof. Boah, Badshot. Ja. Erstmal nachladen. Au. Aber ich triff trotzdem. 3 HP. Ich hab' noch 3 HP. Okay. Kümmer auf den Gegner. Ja. Jetzt noch 3. Wie schießt er? Ich will um mich weg. Er rennt halt voll in Headshot rein. Was ist das Scheißteil eigentlich? Oh. Oh. Kann ja gar nicht. Ich hab' mich ja auch dreimal verletzt, obwohl ich vorhin stehe. Ha? Ja, 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 ja. Nö. Ah fuck. Ich mach' nen Mandala um mich rum. Ist richtig. Auf. Junge. Ich krieg' erst mal ein Ziel. Da hab' einfach nicht geschissen, ey. Ich hab' leider viel zu viel mit dem Fuß zu tun beim Zielen. Bäh. Au. Ne, Luca. Also ich... Sorry, Julia. Dann hab' ich... Also Flo und Kevin. Überhaupt nichts. Ich hatte... Ich hatte Carry... Au. Ich mach' jetzt mal ernst. Ich mach' jetzt mal ernst. Also... Ja, wo das Ding ist. Da ist Ding mit Carry. Alter, den bomb' ich grad ernst. Und dann hab' ich schon mal ernst. Nei. Nein. 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 Nein, zack' und geh' weg. Hör auf. Ich drehe mich einfach die ganze Zeit. Ben, ben, ben. 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 Ja, aber den Aben müssen wir doch reden, Julia. Ich weiß. Oh, Volk, Alter. Zumal für den, ich hab' lange nicht mehr. Ich war zu weit längs, ich hab einen Mann der Langemahl. Ah, warte, ich muss jetzt kurz, ich muss raushausten zielen, so. Ah, ja. Boah. Nee, psycho. Ah, scheiße. Okay. Die Big Flip, Alter. Boah. Los, 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 los. Ich weiß nicht, was du mir das mal gedacht hast. Los, los. Ah, wie über die Steiger? Ja, hab ich dir ein kleines C geschaffen oder was? Oh Gott. Okay. Hab ich dir ein kleines C geschaffen oder was? Nee, ich hinterfährt dich noch. Ich dachte doch, hab ich den Räger geschossen. Ich dachte doch, hab ich den Räger geschossen. Au. Lass das. Nein. Au. Au. Das ist so ein Headshot-Psycho. Das hat weh. Wann? Kommt weiter. Es sind zwei. Ja, ich hab Frozen. Der muss jetzt noch was sein, ne? Ich auch. Erstmal Vertigo, alles klar. Jetzt wird's. Jetzt wird's. Jetzt wird's. Ich nehm die Bombe. Nee, ich bin Kanonfutter. Frozen, du nimmst Bombe. Wie, Frozen? Nee, Frozen ist ja gar nicht bei mir. Wir haben die weiblichen Frozen. Ich hab die einfach hingeworfen. Aussehen. Nee, ehrlich. Äh. Wollte ich rüpfen? Ah, hier kann ich rüpfen. Wui! Ich hab nen großen Wendekreis, also wundere dich nicht. Ich hab Psycho angeschossen. Nein! Was hab ich grad mit rennt? Was? 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 Nein! 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 Ich hab's. Frozen, Frozen, Frozen! Oh, Frozen! Shoot! Oh, Frozen war so'n Lowline! Der hat den Rechtskrieg gefressen! Der hat den Rechtskrieg von mir gefressen! Und die Anschlüsse! Oh nein! Und Glasi, kannst du immer noch nicht laufen oder geht inzwischen? Nein! Ich hab's sogar jetzt auf andere Tasten gelegt und das funktioniert nicht. Das ist komisch. Hast du vielleicht... Ey, Jungs! Das hören sie bestimmt nicht, aber wir gehen über Rampe. Ah! Also gehen wir B! Okay! Ja! Oh, Mann! Ich hab gehört, ich geh mit hoch! Ich kann halt nur im Spawn stehen! Ich geh irgendwo! Loll! Vollkommen einfach! Achso, okay! Komm mal! Ich hab's doch schon keine Ahnung mehr, wo ihr seid, und... Also, ich weiß nicht warum, aber... Lauf einfach mehr als in irgendwelchen Gegner rein zu rennen kannst! Die gehen dann wirklich ja, die Wichse! Au! Scheiß Galil! Oh! Das half jetzt spiel! Ich hab immer mal auf den Rennen! Bitte nicht schießen an den, der im Spawn ist! Weil ich kann mich nicht bewegen! Also, ich bin... Darf ich ihn jetzt killen, weil er gesagt hat, dass ich im Spawn bin? Ich bin im Spawner! Ja, das war's! Ich kann mich halt wirklich nicht bewegen! Wer hat mich jetzt... Welcher... Psycho? Ja, Digga! Schieß doch auf ihn! Guck, ich kann mich nicht bewegen! Ich dachte, ich soll ihn jetzt nicht! Nein! Du sollst auf den hier! Du sollst auf den nicht schießen! Auf den nicht schießen! Auf den nicht schießen! Auf den... Wir haben jetzt ein bisschen gekillt! Warum kann ich mich nicht mehr bewegen? Nein! Weißt du was... Luca? Liebe dich! Nein! Das war doch mein Gedanke, ich wusste nicht. Du kannst den da mal. Den da. Klick mal den anderen um. Oh, Psyko schon mit dem Messerchen. Das war mir so klar, wenn Psyko gesagt hat, Luca, ich... Ja! 3 HP! Ey, Kevin. Ey, Luca. Ist das eigentlich richtig, dass bei dir im Stream das Bild so verschoben ist? Ah ne, ich mach's doppel. Geil. Ich bin grad so stolz auf Juli. Ich brauche ab 8 Uhr, wenn ich in der Videokontrolle... Okay. Ja, du auch. Äh. Warte, wo rennen wir jetzt schon wieder? Überall. Überall. Warte, ich muss nur gucken. Nein! Danke, Kevin. Luca! Du bist da, wenn du sie baust. Boah. Wie glücklich. Da sind die Gummibären. So, komm. Das ist ein Gummibär. Du Dreckzeichen. Hör auf! Du hast die Bombe. Du hast die Bombe. Du hast die Bombe. Du hast die Bombe. Nein, das ist Glasi. Das ist... Warum? Hier nicht mehr. Das ist Glasi. Okay. Gut. Du darfst Glasi töten. Du bist in die Schusslinie gerannt, okay? Geil, ich hatte die meisten Abschlüsse. Was bin ich Glasi? In meine Schusslinie gerannt. Ich kann mich zwar nicht bewegen, aber... Ich bin vorhin an dir dran vorbeigelaufen, ohne zu stechen, ohne zu schießen. Ich hätte dich da schon erschießen können. Das Ding ist, es macht halt wirklich absolut keinen Sinn. Ich habe W und S schon jetzt zweimal auf neue Sachen betrachtet. Aber es funktioniert dann trotzdem nicht. Ich habe echt einen Windekreis wie ein 40-Tonner. Das ist schlimm. Ja! ETS und CS. Ja, aber wirklich. Ich meine, die Schaltwürfen funktionieren als W und S, als AD, ja. Was, hier bin ich hier noch im Lotto? Oh, sch... Du kriegst einen Sechser im Lotto. Okay, ich hab grad keine Ahnung, wo ich bin. Egal, ich laufe lang. Warte, ihr müsst runtergucken! Nein! Nein! Der hatte 35! Ich hab das so bekommen, ey! Ich musste runtergucken. Das ging aber nicht so schnell. Ach, ja. Zeit für Kiki wieder. Zeit für Kiki. Richtig. Macht keinen Druck. Ja! Ich weiß, wie war es noch drei Jahre zum Aimen, ne? Aber... Dafür bin ich relativ präzise unterwegs. Also, die beiden Herren, ne. Was war das denn grade? Das ist ein absolutes Verkackendes, ey! Du hast die Länge, wir hatten ja nicht das Mandala gemalt, ne? Ja. Ah! Das war so spaßig. Oh! Und die Rücke noch rumreißt das Längrad? Hat geklattet, ich hab die Bande nicht berührt. Ich muss aber mal eine Handbremse belegen, dass ich um die Ecke drüben kann. Jawoll, einmal kurz diese scheiße Neustart und jetzt geht's auch. Ich weiß noch nicht, ob das so schlau war, das zu sagen. Ab C4! Aua! Danke schön! Äh, Luca, haben wir nicht was gesagt von wegen Negev und so? Wir hatten nicht gespielt. Wann haben wir das gesagt? Gerade? Auf der anderen Map noch? Nein, da hat Frozen dann gesagt, warum, macht doch Spaß. Hm? Da haben wir gesagt, da haben wir gesagt, okay. Aus unserem Spawn, Kevin. Ich muss bei meinem Lenkrad erst ca. 30 Grad einlenken, damit ich mich überhaupt drehe. Erwin, drehst du dich überhaupt mit dem Lenkrad? Ja. Ja, ich hab mein Lenkrad auf 180 Grad gestellt tatsächlich. Ja, ich auch. Also, wie beim Formel 1 fahren. Gleichzeitig ist ein Fies! Nein! Noch nicht so zweit, Rixa! So schnell kommt, ich kann ich doch gar nicht! Mann! Läuft! Läuft! Maustastatur, ich hätte Kevin 0,5 Sekunden im Kopf weggezimmert mit Controller Maximale von 2! Zeig, Ruh! Das gleiche wär aber von mir auch passiert! Oh! Äh, da würde ich hin! Warte, ich muss drehen! Da rein! Drehen! So! Nein! Warum komm ich die scheißen Dinge in sich hoch? Muss ich erst hochgucken? Ach, ja, muss ich! Ich bin nicht Multitaskingfähig genug für die Scheiße hier! Ne! Ne! Geht mir genauso! Oh! Ich hab die Mitte, ja! Hast du das? Hab ich! Ja! Ja, hat er! Dekoskop, wiederum den Weltmeister! Oh, komm schon! Den wollte ich fix bleiben! Ich hab die Mitte! Was? Blasi, wo ist dein Soundpack hin? Was? Blasi, wo ist dein Soundpack hin? Ich hab doch gesagt, ich hatte einen Trojan und mir wird alles wegverkauft! Oh, du brauchst, du brauchst das... Du brauchst, du brauchst dein Soundpack wieder! Ja, wenn ich Geld vom Arbeitsplatz kriege endlich, dann hol ich mir auch wieder Skins! Aber dann wird das insgesamt ein insgesamter Wert von 500! Erstmal die ganze Nachzahlung komplett reinschieben mit den Skins! Verkürzung! Ich kann nicht schießen! Warte! Bin ich denn grip hattest du? Warte! Ein Gruß! Warte, bist du mir ab? Ich muss mal... Dann holst du mich dann ab, oder? Ja? Komm her! das ist mir irgendwie zu kompliziert so weiter da rechts ja da rechts ja nein ja jetzt geht er weiter so geradeaus weiter geradeaus oder links nicht rechts das ist rechts andere rechts genau jetzt ja weiter rechts da lang gott habe ich kurz gepennt was ich hinter dir doch wieder hinter hier nein kann ich bitte den bot übernehmen was für ein kopf alter boah war der gemein ja nein frozen mach deine ohren auf ja schnell nein du musst da hin nur noch 8 sekunden da da sich ein glas sich ein glas nein kannst du schade schade na ronik schmeckt es ich hab die carrie ich hab die carrie hauptsache du redest mit ronik aber der ist doch vermutet wohl vermutet ja nee ich konnte nicht was für Kaufzone verlassen ich will nicht ich will das hier kaufen und war noch mal mein links äh mein rechts weg äh oh nee das war wegwerfen haha nein kommt ja da rumgelaufen ja wenn kannst du hinter mir halten von hinten da kommt nämlich einer der hat da gesteppt wo hast du unsere pompe weg steppen war ich aber ist egal nein ja das macht nicht nein oh mann die stehen auf B äh was hast du gesagt A alles Röde ich hab's rausgekommen oh nee such doch die richtung ne such die Funktion mann ich will in die Mitte mann ich will in die Mitte oh oh ja natürlich ich wusste doch dass die von hinten kommt aber Kevin geht ja lieber auf B ey ich hab 7 kills ich weiß nicht wie aber ich hab 7 kills ich hab 8 ich hab 8 ich hab 7 dann sagt das nächste mal nicht hinter mir sondern an Rampe ich hab mehr kills als ich mit dem Kontor das ist traurig ja ja Syko ist aber Syko ist aber Syko ist mehr am lachen als am spielen ja das ist leider richtig ey Syko ich hab dich ja lieb ne Jungs wir gehen nach A ok let's go wer geht vor ich renne vor ich hab mich nicht bewegt tut mir leid für die Staubes hier hier der Bundy oben wir sind in der Mitte ja wir müssen erstmal hin kommen ok chill ich geh mal da ran nein noo links du siehst ihn boah das haben wir arbeiteten leider alter das Controller movement ist halt so ein Vorteil mein Gott die Cheats angemacht ja jo verlaub ich dich nicht ich steh dazu AIMBOT sind da vom Controller das wird Spaß das Ding ist das ich hörst du wie sie sie sind sie sind visieren ich glaub das ich glaub das ich glaub äh AIMBOT kannst du sogar wirklich anmachen für Lenkrad auch wär langweilig ich muss halt mein Lenkrad komplett 360 grad umdrehen und damit ich mich schnell drehe AIMBOT 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 ich bin der in der Mitte ich bin rechts ich bin rechts los lauf doch bleibt doch nicht stehen ich muss jetzt mal Waffe wechseln chill so scheiß die block mir an die Johnny no mi 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 kann ich nicht ich weiß nicht dass wir hier sind oh ne das wollte ich nicht scheiße wie hock ich mich hin AIMBOT kann ich mich nach oben gucken AIMBOT 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 Lass es hoch gucken die Kavallerie kommt AIMBOT AIMBOT EIN oder hink jetzt hat er hier glasi DIG ich drück die Tasse zum hinhocken auf einmal guckt der wieder gerade und bricht ab neuen HP und einen Traum BAS Ähm ach komm rein da WOH not gewillt was denn Ich hab gar nix gemacht. 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 Du hast mich angeneift, du Arsch. Ja! Los, Combat Sector! Ja, Psycho tryhardet wieder hier. Ja, Psycho tryhardet wieder hier. Psycho ist back auf Tastatur. Also, wir halten fest, ne? Sollten wir das nochmal machen, kriegt Psycho einen Controller verboten. Ja, Psycho muss dann auch mit... Entweder mit Füßen spielen, oder... Oh, ihr mit Füßen auf dem Controller ist natürlich auch gut. Ja, aber wie soll ich das hinkriegen? Also, ich krieg ja die Trigger-Tasten nicht bedrückt. Das ist dein Problem eben! Richtig. Oder nimmst du auch gleich was. Wartet, nicht? Können wir nicht? Das ist einfach nur der Erste. Ey, das habt ihr auch schön geschafft, ne? Ja! Kann nur der Controller sein. Ja! Es ist nur weil ich anders bin. 100% sind auch so Rassisten, die schwarz sind. Nur weil sie anders sind. Ja, weil ich schwarz bist. Junge! Auf! Meine Fresse! Nee, das ist doch einer! Nein! Hinter dir ist Psycho! Nein! Ja, aber ja, Kerlin! Das ist wirklich auch so viel anders wie du! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Hm! Du musst mich nicht mehr... Wow! Wir! Ich sag, ich bin stolz auf dich! Die Flash war's, Alter! Oh, eine absolute Premium Flash! Ja! Boah! Gleich gucken wir mal ein bisschen weiter! Die gleiche Richtung! Da! Links! Hörst du nicht! Doch! Hörst du nicht! 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 Ich wollte es immer so entweder. Ja. Ja schön! Lippe! Ich bin hier an so einem Passagustlack! Oh! So, jetzt ist die Freude. Kann er planen? I'm fighting the bomb! Nicht abbrüchen! Nein! Der ist sogar runtergefallen. Ich war grad zu... Nachdem Kevin meinte mich die Frage, kann der Plan... ...weiß Contour-Strike, bin ich jetzt T oder CT? Hat funktioniert! Fuck Kevin! Du hast mich voll aufs Konzept gemacht. Yes! Wieso bewegt sich mein Maustake auf einmal, wenn ich mein Lenkrad drehe? Nein, ich bin im Ding jetzt... Ja, weil... ...deine Maus ja trotzdem noch funktioniert. Steuere es halt mit dem Lenkrad. Irgend, ich könnte jetzt mein ganzes PC mit Lenkrad bedienen. Richtig. Dass du nicht die ganze Zeit... Ja okay, du hast dann hoch runter wahrscheinlich anders eingestellt als ich. Ich hab das auf dem Beeple. Ah, das ist der Unterschied zwischen uns. Nein! Ja, wir sind schon drauf auf B. Wir sind von der Treppe gekommen. Mal Bupel drücken... Eigentlich will ich mich anders drehen und nicht mit dem Lenkrad, aber... Das wäre ja unfair. Ein bisschen. Wenn ich das übers D-Pet mache oder so. Nein! Das war der Spieler, der eine Tastatur und eine Maus hat. Der mit! Ja. Schön. Sprengt euch! Hinter uns Frozen! Wo? Ja Frozen! Hinter dir! Auf dem Spot! Haben wir Tomaten auf dem Ohren? Wir haben ihn ganz schlecht gehört also. Lets go! Let's go! F-F-Frozen, wie kommt es, dass du die Leute nicht hörst? Es geht ums Hören, nicht ums Sehen! Ums Hören! Ich hab ihn gehört, aber nicht gesehen! Oh mein Gott, ich bin echt lustig! Ahhhh! Oh, ob das gut geht? Herr Seiko, gib mal einen Shot dran! Ja, bitte! Vielen Dank! Let's get in and get out! Ginge an, wo's denn hier ist? Äh, so! Hihihihi! Der Knipp gegen einen erst, ne? Komm schon! Ich schrie mich so schnell! Ich will den Verwendekreis, ey! Wie? Ich will den... Au! Ah, mir ist mir nicht vorhanden! Au! Haben sie jetzt drauf geplantet! Eich! 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 Ich hab da sich die Störung ordentlich eingestellt. Mein Border-Shotgun, tut mir leid. Achso. Ja, ich bin nicht da. Jetzt muss ich wieder zurück, warte. So, danke. Problem ist, ich hab Schießen auf X. Ich hab Schießen auf den Gaspedal. Ja, damit lauf ich nach vorne. Junge, XM ist unfair. Ja. Ich würd sagen, Shotgun wird verboten. Nene. Doch, weil das maximal unfair ist. Ist es nicht? Na natürlich. Du musst genau drauf sein, mit Shotgun reicht, wenn du daneben zielst. Alles Gleitze. Ja und? Kannst doch auch spielen. Ist ja langweilig. Ja, ist ja dein Problem dann. Kommt Rampe, aber okay. Ja, ich weiß. Du hast ihn gesehen. Gestern. Vielleicht. Direkt sind wir da. Oh, Alter. Ich würd sagen, meine Runde nur ein Knife. Genug Runde, nur ein Knife. Ja. Hätte doch was. Alle am Kurbeln. Außer Saiko. Saiko hat verzweifelt, weil er dann statt nach rechts nach links guckt. Ich bin der einzige aus meinem Team, der am Kurbeln ist. Also. Ja eben. Deswegen. Alter, es ist so nervig, dieses automatische nach links laufen. Mann, ich will mich die ganze Zeit mit den Schaltwürfen drehen, aber das geht nicht. Damit laufe ich nur nach links und rechts. Nein, ich hab die Kurbeln. Hä? Guck. Guck. Oh mein ich gerade. Guck. Jeder läuft schon besser außer Glad. Nein. Es wird nicht gesagt, dass wir's machen. Ja toll. Und deswegen hab ich jetzt keine Waffe mit, also. Stark. Ja, also find ich jetzt irgendwie auch grad nicht ehrenhaft. Es wird nicht gesagt, dass wir's machen. Komm her, du. Nicht! Runter von mir ab! Nein! 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 Nein, Luca! Ist nicht! Eine Runde mach ich jetzt noch mit und danach geh ich weg. Ja, wollen wir eine richtige Runde spielen? Äh, okay, warte. Vergiss es. Ich bin mir grad zu sechs. Ja, wir könnten aber eine Runde normal drei gegen drei machen. Ich kann sonst auch rausgehen, dass ihr normal machen könnt. Nein, nein, alles gut. Alles gut. Wollen wir eine Runde normal drei, äh, drei gegen drei? So. Oder nochmal eine Runde Lenkrad? Ich muss ja mal gucken, ob dann das die Software irgendwie ausschalten kann. Ja. Kannst du, kannst du, kannst du. Du musst, äh, auf dieses Haken und da dann, äh, Terminator. Mal schauen, bei mir. Da bei mir reinkommt ich echt. Boah, hast du das? Also normal jetzt, ja? So verstanden. Hi. Kevin zeig und ich. Das ist, glaube ich, das unfairste Team, was sein kann. Ah. Ich glaube, wir müssen die Teams nochmal ändern. So was? Ja, guck doch mal die Teams ein, Kevin. Was ist das überhaupt für eine Mech? Ah, es ist Italy. Nice. Ich wusste gar nicht, dass sie drin ist. Im random Pool, ja. Team wählen. Ich würde sagen, alle machen nochmal Team wählen. Wie geht das? Du drückst M und dann drückst du auf automatisch wählen. Lassi? Ja. Automatisch wählen. Oh. 1, 2, 1. Ja, warte mal, äh, welche Tassen war das? M. M. Ja, oder passt, würde ich sagen. Machen wir was vor. Aber jetzt muss ich wieder warte, dann bist du los. Ich bin zwar auch nicht der Beste. Lassi? Lassi? Du musst diese ganzen Befehle gar nicht aus dem Programm rausnehmen. Mach einfach ein neues Profil und klick das an, dann sind die automatisch aus. Ey, ich hab mich grad abgeschossen. Du musst die irgendwie nicht vom nächsten Mal so etwas machen. Was ist das? Es ging darum, dass du das Programm beenden kannst. Wenn du eine Tasse lässt. Kevin, wie kann man die Tasse beenden? Fuck! Jetzt bist du das hier alles rein. Fick dich. Äh, mp underscore, warm up, time, irgendwas. Cool. Oder warm up anything. Jetzt hab ich englische Tastatur, oder was? Fick'n jetzt hier. Nee, mach mal wieder auf Deutsch. Das ist auch nicht. Fick ich gar nicht. Ich auch nicht. Immer noch richtig. Oh, oh Gott. Kenn ich nie, nie gespielt. Geise, Matt. Oh. Gut, die einzige Geise, die ich gespielt habe, war diese komische Hochhausdingen. Was borgst du hier endlich an? Das heißt, ich bin hier jetzt gerade der Einzige, der die Map kennt. Geil. Also doch, nee. Also habt ihr den Vorteil. Ja, ich kann das. Jetzt sind wir zuerst. Statt zu pushen, solltest du vielleicht bei einer Geise bleiben. Ja, ich hab grad nicht gerafft. Ich dachte, wir wären auf der anderen Seite. Die Geise brauchen wir. Oh, ich hab die Geise. Wir spielen normal, ne? Oh, das. Au, fuck, Kevin. Hi, Klausi. Gut, ich hab sie nicht gemacht. Moment, ich muss mal kurz die. Ach so, du warst noch auf Lenker, Entschuldigung. Ja. Ich war auch gar nicht am, ähm, hab auch gar nicht die Geise angeschossen oder so hier. Nein, nein. Warte mal, wer lebt eigentlich noch? Was? Du und Luca. Mensch, Luca, wo bist denn du? Ich weiß nicht, wo du bist. Also, keine Ahnung. Okay, Psycho, what then? Ich hab ne Geise und bin gleich in unserem Spawn und hab damit die Runde gewonnen. Ja, ich blick die Karte nicht. Ich renne hier gerade irgendwo so komisch, blutverschwemt. Ich hab keine Ahnung von der Karte. Psycho? Kannst du mir bitte weniger so schmerzhafte Sachen schicken? Ach so, das... Ganz ehrlich ist so ein bisschen die Hoffnung, dass ich genau so meinen Arbeitstag erlebe. Nein. Damit ich jeden Tag was zu lachen habe. Nein. Oh, ist das komisch. Ich sag's mal so. Auf dieser Welt sind genug Vollidioten als Kunden und irgendwann ist der Punkt einfach, wo du nur noch so einen Schwachsinn lachen kannst, obwohl es eigentlich total traurig ist. Ich weiß halt auch nicht, bis wo ihr jetzt vorlaufen könnt, Kevin. Wenn ihr schon bei uns seid, dann... Au. Ich glaub das war ein Auchi. Was? Wie? Wo? Ich war doch so überlegen, live ich dir jetzt... Ah, du standest neben mir! Der Luca ist da auch. Und Julia, keine Ahnung. Ihr könntet wahrscheinlich nicht die Geisel nehmen. Du hast oben links da so ne Karte. Ja, ich weiß, aber es passen. Julia ist wahrscheinlich bei der anderen Geisel. Ich mein dabei... Geh dann zu den Haas. Nein, sie ist nämlich nicht bei den Geisen. Die München kannst du auch töten, dann explodieren sie so schön. Aber bleib ruhig da, wo du bist, alles gut. Ich hab mich grad irgendwie falsch gelungen. Bleib, 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 wo du bist. Alles gut. Ich hab über dieses Lenkrad rumkurbeln, ey. Lass ich dich auch nicht schwitzen, deswegen. Links gucken. Julia! Ja, genau. Zeig mir doch schon mal die Geisel. War die nicht mehr mit Lenkrad, ne? Ja, ich weiß. Es war aber schon eine komische Erfahrung. Erstens das, und zweitens haben wir noch einen Spieler übrig. Und der wird sich wahrscheinlich gleich eine Geisel krallen. Aber es war auch irgendwie lustig mit Lenkrad. Es war lustig, ja. Die Haas auf der Karte sind Geisel und du musst die Geisel beschützen. Richtig. Aber Erde an Crosen, Luca und Kevin. Wollen wir vielleicht mal wieder Bmg spielen? Deshalb geht's noch bis nächste Woche Sonntag. Ah, wird schwierig. Nächste Woche haben wir ja ein bisschen Zeit, ne? Donnerstag ist Feiertag. Freitag ist Rückentag. Muss ich arbeiten. Samstag muss ich auch arbeiten. Ja, aber Donnerstag dann sind wir, ich will, könnte man. Sonnastag bin ich bei meinen Eltern. Dann spielen wir halt ohne dich. Ah, meines Wegen, bitte. Du, also, das war jetzt nicht Fösel gemeint. Naja, alles gut. Das war so ein klassischer Glasi-Call halt, ne? Das ist voll. Schade. Zeiko ist halt ein Schwitzer, da kannst du nichts gegen das. Ja. Zogen gemacht, Zeiko. Ich bin ein absoluter Schwitzer, nur dass ich eigentlich gehofft habe, dass der da oben drin nicht tot war. Wie auch immer ihr euch anscheinend dagegen gekeilt habt. Wenn ich eigentlich gehofft habe, dass ich den von hinten ganz schön messern kann. Luca, weißt du, wie du zu der da hinkommst? Hä? Move it, move it! Okay. Julia, ich zeig dir, wie du da hinkommst. Luca, du gehst weiterhin dahin, wo du normalerweise bist. Ja. Okay, Zeiko. Wir wissen beide, der ist dann hier close irgendwo. Da rein. Da rein. Ach, hier weiß man. Ihr seid zu dritt an der Stelle, wollt ihr mich verarschen? Er schießt auf mich, obwohl ich nicht mal schieße. Sehr schlau, Kevin. Hättest du auf Psycho geschossen? Ich war vielleicht geflasht, Glasi, und hab kurz bevor die Flash gepoppt ist, nur dich gesehen? Schon mal darüber nachgedacht? Nein, du hast gar nicht, du hast alles gesehen. Ich hab gar nichts gesehen. Erst als du tot warst und ich wieder ungeflasht war, hab ich gesehen, dass er noch Psycho und Frozen steht. Ah, da unten ist sie doch noch, oder? Die Web ist scheiße. Warum muss ich wieder nachgedacht? Die Web ist wirklich scheiße, das stimmt. Das ist unser Carry. Nein. Du Dreck. Nein, Julian, nicht drauf eingehen. Genau. Schön weiter drauf schießen. Oh Gott. Ja. Sehr schön. Jetzt schnappt sich am besten noch seine Waffe. Sehr gut. So. Bald die Waffe am besten. Ähm. Ach du mein Gott, äh. Oh Psycho. Psycho, ich hab die andere Version. Das ist halt das Leben. Du bleibst da oben, Luca, ja? Ja, ja. Let's go. Und Julian, du weißt, wo du gehen musst. Ach man, Frozen ist meine. Ich kenn's doch. No chickens allowed here. But I'm chicken friendly. No. No, no, no. I like chicken. Chickens are tasty. Pack die Arbe weg, Psycho. Timm doch da nicht rum. Oh nein. Was denn? Oh. Ist das was? Psycho ist Low HP. Richtig Low HP, den brauchst du nur anpusten. Und Klasi ist nervig. Klasi hat sich hinter mir versteckt. Wenn du ihr eine Lektion beibringen willst, dann bring dir auch bei nicht in der gleiche Runde, also in der nächsten Runde, dann vielleicht muss man zu stehen. Nee. Nee. Jurgat, du hast alles gut gemacht. Verkastung. Ich bin stolz auf dich. Kevin, du bescheidst. Hey, komm. Hab ich auch lebt. Der Meister sorgt für die Schüler. Der Meister nimmt deren Fehler auf. Ist aber so. Auch in der Ausbildung. Als Auszubildender kannst du nichts falsch machen. Ja. Wenn du den in den Vorhof kackst, dann hätte der Meister dir Toilettenpapier entstellen müssen. Richtig. Danke. T-Beutel, T-Beutel, T-Beutel. Lass mich raten. Man konnte mich von unten sehen. Anni, du wirst durch den mittleren Gang gelaufen. Oh, Gott. Wie bollös. Ah, ihr lauft schon damit weg. Mann, Mann, Mann. Flüstert der sogar. Okay, let's hurry. Hat der sogar geflüstert. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, der ist bei euch. Ah, die andere Gang. Die ist allein gelassen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hey, ich sehe dich. Schön. Also wenn die Abgesäckte das gewinnt, ne, dann Respekt, Luca. Aber doch nicht gegen die Nova. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Geh unter Terras, weh. Mann, Geise, geh doch ausm weg. Geh dann doch die scheiß Geise raus. Nö, nö. Ich hab meine eigene Sniper. Wie soll ich das hier nur regeln, Mann? Ja, Kevin. Also ich fand das geil. Ich glaub, du hast den falschen Ausgut genutzt. Das ist geil. Der einzige, der die Map nicht kennt. Äh, der die Map kennt. Ja, Kevin. Luca, das ist nicht dein Ernst. Doch. Er spielt Auto-Sniper. Mal ein Push-Blitz oder Waffe nicht! Ich bin doch nicht gefüllt! Ich weiß nicht, wo ich denn hier bin. Danke. Sorry. Joseon? Er hofft Zeit zu stehen. Nein! Ich dachte, was Psycho gewesen ist. Wir haben mich umgebracht. Julia hat Luca kippt. Ich bin so hier im Raum gesprintet und die haben mich einfach umgebracht. Das ist kalt. Die Sache ist doch sicher. Ich bin stolz auf dich. Das ist alles richtig. Können wir den so still und heimlich so ein CT-Zeichen so annähen? Ich glaube, das könnte auch fallen. Ich bin so schnell. Irgendwann. Ich bin so schnell. Oh Mann! Wie lange sie brauchen ist. Oh! Komm, wir kommen immer zu euch. Das ist voll langweilig. Ne, Kevin kommt's unten. Frozen Frozen? Unten Frozen? Ne. Ich hab's gesagt Frozen. Ich hab's gesagt Frozen. Eiko, hier ist keiner. Ah, hier oben drin ist keiner. Wo ist Kevin? Da! I'm gone! Nee, das ist doch nicht Kev, oder? Leke, Kev. Ich hab's gesagt. Fuck! Kevin ist unten. Nein! Fuck! Nein! Schön klar! Äh, Luca, sorry. Nice fight! Das hast du echt gut für ihn gemacht. Oh, Kevin! Hat mir geschmeckt? Junge. Ich hab's gesagt. Aber dass ich euch auch erstmal komplett off erwischen muss, indem ich euch komplett überrushen, ne? Hast du dich wenigstens erschrocken, Kevin? Ja, klar. Meine Fresse, ne. Bei so einem Nova-Shot, da muss man sich einfach erschrecken. Mhm. Julia hat genau so einen kassiert. Da ist keiner drin. Nee, Kevin. Diesmal nicht. Oh, als ob du diesmal von der anderen Seite kommst. Och, nee! Sehr gut. Sehr gut. Das Schlimme ist halt, ich weiß nicht, jede Runde, die ich nicht habe, bin ich tot. Äh, ist die Runde verloren. Ja, ihr spielt Autoskneipe. Was ist er denn für ein Wichser? Oha, Psycho, Junge. Was ist das so? Psycho? Ich glaub, du hast luck gesoffen. Kann das sein? Er spielt Autoskneipe. Ich glaub, den Typen gehts noch ganz gut. Äh, Psycho? Du und Strom da. Ich geh da lang. Äh, was? Ich glaub, du meinst hier. Ja, da. Jaja, ihr geht da. Also, ja. Und dann, wenn ich tot bin, wisst ihr, die kommen da, wo wir gekommen sind. Ironischerweise, ich sehe eure Pings. Ja, wirklich? Warum? Ja, ernst. Ich hab's noch mal weg. Ja. Einer ist schon mal weg, ja. Eine Inkompetenz bei Pistolenmission, ne? Es ist so. Ehh. 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 Ich will eure Pings auch sehen. Ich will eure Pings auch sehen. Ne, ich sehe eure Pings nicht. Hää? Dann kann kein Pings. Ja. Nee, eigentlich nicht. Ja. Eşうわ ist der보다 aber dein Gasans. Ewormischerweise konnte ich eure Pings gerade sehen, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Ich der보다 nicht auch. Oh Kacke. Na wo stehst du? 2 Du simplementen lä lên, zu aktivieren Lorenzen zu gehen. なんesta also keine scheint. Ach Mensch, Kevin ist ja auch schon weg. Wo ist er? Der ist da oben drin, oder? Soll er da drin bleiben. Lauf. Rennen, Babybuff, renn! Alles klar. Hi, Psycho. Na ja, klar. Alle T-Boys hin, alle T-Boys hin, doch! Was heißt T-Boys hin? T-Bank. Achso, ja, okay. Objektiv irgendwie. Mach den großen Spielzeug doch mal. Ach stimmt, den hätt ich mir auch noch kaufen müssen. Danke. Ich hab aber genug, eigentlich. Ich muss irgendwie so schossen, ey. Du bist zu spät. Ich ruhig. Nee, Kevin. Es kann doch nicht sein. Boah, 233. Hab ich getroffen? Nein, hast du nicht, der lebt noch. Ah, fuck. Frozen hat 20. Frozen, du machst das. Ja. Unter dir. Unter dir. Pass oben auf. Oben auf dem Balkon. Das ist nur noch die Schroff. Unter dir. Ja, da drunter. Was ist das Schroff, warte? Psycho, guck mal. Ey, du ja, hat den getroffen. Ich wollte gerade sagen. Ey, Psycho. Willst du? Was? Was? Was ist das? Oh, Mann. Was ist das? Ja, pass auf. Autosniper schon wieder, oder was? Nein. Aber. Besser ist. Kevin, versuchst du's nochmal. Ja, das hätte wirklich Spaß. Mit Sicherheit. Nein, von der Seite kommst du nicht. Fuck, die Scheißwürfel. Wir können nur beschuldigen. Hm? Shit. Ja, von wegen, ne? Es ist psycho. Was erwartest du? Ja, kam aber nicht von mir. Nur weil ich die Droppe muss. Guck mal. Du kannst mich mal kreuzweise, Mann. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ich hab gar nichts gemacht. Alter. Weißt du, die ganze Zeit kommt der nicht um die Ecke gekrebst, ne? Da bin ich fast oben und dann geht der mir auf den Sack. Fuck. Schön. Meine Fresse. Weißt du, einfach nur, weil ich will sagen, wer kommt raus. Nee, der kommt geabt. Ja, keine Sorge, Luca. Komm, nie wieder vor. Nee, wir holen keinen Autosniper. Ach, guck mal, ich könnte mir sogar auch die Autosniper holen. Ja, dann mach doch. Mach ich, glaub ich, vielleicht nächste Runde, wenn ich noch mal sterbe. Mann, äh, Kevin, Frage, wie bist denn du gestorben? Okay, reicht jetzt. Artis, das sieht gleich wieder aus. Ich kenn die Community. Fick dich. Fünf rolls. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Was denn? Psycho, du bist so ein kleiner Hubretz-Zone. Ich hoffe, du schmuck. Was ist denn das besser? Autosniper oder Messer? Da ist mir lieber ein Messer lieber. Psycho, darf ich? Nein! Ja, sorry. Das darf ich kaum zu spät. Hätte ich mir gern überlassen. Oh Gott, nee. Aber ich dachte mir so, okay, du kriegst keinen Autosniper, aber ich weiß, wo du sackst die ganze Zeit herkommst. Gut, dass ich jetzt weg bin. Kommt mir mal kreuzweise. Wann, wie und wo? Ich bin sofort dabei. Jetzt? Ihr bei mir in Aalen, Nordrhein-Westfalen. Mama! Was ist los? Also ich bin jetzt fünf Minuten da. Ich muss doch kurz bei der Tanke halt ein Kondome holen. Aber nur die billigen. Ich hab welche hier? Oh, perfekt! Brauchst du keine holen, keine Angst. Ich sorg für dich mit. Alles gut. Mache ich mir jetzt noch eine Steuerung für den Weg? Alter! Wünscht euch eine gute Nacht. Wünscht. Ja, wünsch ich euch auch. Wir hören uns, ne? Ja. Ich hoffe nicht. Ich bin so mieser, selber schuld. Was hab ich dir denn getan? Du hast mich den ganzen Tag schon gepoppt. Was? Das stimmt heute nicht mehr. Ich hab dich heute lieber begrüßt. Direkt nach dem Aufstehen hast du mich schon gemobbt. Dicker, was? Ja. Hey lol, Luca. Ich wusste, dass du da bist und hab mich gemobbt. Dein Name ist einfach moffig. Luca, du weißt ja, Kamikin Eximilator kannst du nicht mit Lenkrad spielen, ne? Jetzt kannst du's. Oh Gott, nein. Jetzt kannst du's. Da kann ich genauso gut mit dem Ding ins Spiel, mit dem Controller. Also auch nur wieder 100% einschlagen. Oder auch nicht. Ja, aber GTA jetzt. Kannst du auch mit einer Mod. Ja, das ist ja wie eine Mod jetzt. Das Ding. Das ist halt nur ein Programm. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Er ist jetzt vorbei oder kommt noch was? Ja, also Luca geht jetzt. Frozen geht jetzt. Okay, wenn Luca raus ist und Frozen raus ist und dann Julia wahrscheinlich auch. Wir kommen drauf an. Warum sprichst du da dieses scheiß Joy-Dinge nicht mehr, Alter? Das musst du bei diesem Fall machen. Weil wenn Luca jetzt raus wird, dann wären wir nur 5 und könnten Ranked spielen. Ja, aber Frozen geht ja auch. Deswegen. Kevin weiß ich nicht, ob der geht. Er sagt ja nix. Sein oder andere könnte man noch, so ist es nicht. Ich wünsch euch einen schönen Abend. Tschüss, tschüss. Danke, tschüss. Bye, bye. Tschüss, tschüss. Da ist jetzt... Möchtest du in einen auf, Frozen? Gute Nacht, Frozen. Bye, bye. Der fünfte ist doch hier schon im Channel. Ja, aber Ronny... Ist Ronny jetzt da, oder...? Ich hab ihn angeschrieben. Nicht nur du. Okay, dann anstupsen. Einmal mit hey. Muss ich auch lohnen. Hallo! Ich hab Bock auf CS geschrieben. Nein, ich geh jetzt gleich ins Bett. Ach fuck it! Als ob jetzt alle abhauen. Wollen wir sonst ne Runde zu viert spielen? Ja, komm. Ich bin ein alter Papa. Ist nix dran verwerflich. Ist vollkommen okay. Alter, Sack bist du! Und ein Papa. Ey, alles gut, mein Lieber. Dann wünsch ich dir gleich ne gute Nacht. Schlaf gut. Ja, danke. Schlaf gut. Träum schön. Ja, komm. Dann... Waren wir zu viert und den random morden wir halt einfach so lang, bis er rausgeht. Ja. Welche Map noch? Jetzt krieg ich jetzt zwei einladen. Oder nicht? Ja, du musst nur eine annehmen. Du musst nicht beide annehmen. Also... Was ist da drin? Emotional Damage. Äh... Also wir können eh mindestens zwei maximal unendlich spielen, je nachdem ob wir gewinnen oder verlieren. Ich weiß nicht. Bin ich dann schon in dem Rang, dass wir das machen könnten? Was die anderen fragen? Also Rang können wir so oder so spielen. Ja, warte mal. Das ist jetzt die Frage. Nein, geht halt. Doch, können wir. Ha. Lasi hat's getestet. Lasi hat's einfach direkt deleted. Kein Stress, kein Streit. So. Ich komme kurz auf Klo. Kommt die wieder. Zeig dir, bevor du gehst, welche Map willst du? Welche denn? Nuke. Ja. Ist drin. Kevin. Train. Julia. Map-Wun. Äh... Ey, die haben halb 10. Luke und Frozen gegangen. Was für Lappen, ey. Agency. LOL! Was denn? Ehrenfrau. Let's go. Inferno nämlich nicht. Man hätte sonst Office nehmen können, aber... HAHAHAHA! Klar, sie nimmt Office nach und rein. Sehr gut. Zwei Bomben-Maps, zwei Geisel-Maps. Kann ja noch gut werden. Wir können auch was anderes sehen. Ich hab' nur ein Beispiel genannt. Alles gut. Nein, nein, nein. Die Frage ist, schafft Zeigen wir das jetzt rechtzeitig? Wahrscheinlich nicht. Ups. Ah, ne. Ah, egal. Er ist eh nicht der einzige, der nicht angenommen hat. Jetzt kommt, Zeiko hat schon längst angenommen und die Gegner haben nicht angenommen. So. Muss ich schon mal Ready machen. Zwei. Eins. Ohne. Na. Zeiko und noch irgendwer. Ja, und Randy von denen. Dann warte ich lieber bis Zeiko da ist. Ja. Ich muss bei noch mal gerufen. Ich hoffe, der dritte habe ich auf keine Sprache gekriegt oder wie. Hallo. Oder in ein R abgezogen gekriegt. Du hast eine neue Freundin bekommen. Oh. Wer will denn schon kommen? Was heißt denn download incomplete? Oh. Warte mal. Ich hatte ihn noch gar nicht. Nö. Hattest du nicht. Shame on me. Hey, man? Ja. Ja. In zwei Wochen kommt schon selber wieder eine neue Season. Da kann man ja mal wieder anfangen spielen. Und dann sagt ihr wieder, ihr wollt wieder aktiver spielen, weil es doch Spaß macht und dann wird es doch nichts draus. Richtig. Hast du gut erkannt. Läuft bei mir in Fortnite nicht anders. Aber man kann ja trotzdem anfangen zu spielen, bis wir neue Season. Aber neue Season heißt dann auch, ich brauche einen neuen Season Pass, oder? Wenn du keinen Year Pass hast, aber du hast den Year Pass. Ah ja, stimmt. Du hast ja Year Eight Pass, weil du Year Eight eigentlich aktiver sein wolltest. Und du hast dir sogar den ganz teuren Year Eight Pass geholt. Ja. Der mehr kostet als das ganze Spiel. Ja. Oh. Ich bin wieder da. Ja. Ohne BH. Geil. Was spielen denn deine Nippeln? Von der jetzigen Season, Kevin, endlich den Battle Pass durch. Bin bei MÖ3 fast. Also auch kurz vor Diamond. Ich hab' ich tun oder wie? Und ich werd' mittlerweile nur noch gegen Champs gecued, Kevin. Alles schlecht. Naja, ich hab' trotzdem eins von Wakadee in Rainbow. Och nö, jetzt wird's Nuke. Ich wollt' doch geiles Map spielen. Wir hatten gerade einmal Office Psycho. Ja, da war's auch noch nicht da. Oh oh. Nach der Runde bin ich drauf. Hab' ich Short oder Long Matches drinne? Short, okay. Nee. Ich glaub' das ist ein Long Match. Das beste aus 16 Runden. Wir müssen... Shorten. Okay, ist ein Short Match. Huuh. 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 Ich hab' schon einen Herzinfarkt gehabt hier. Äh, das beste aus... Ich glaub' was waren das? 32 Runden. 32 Runden sind das dann, ne? Ich glaub' du, jetzt kommt hier nicht zu sein. Kaffe weg! Ich hab' auch nicht. Knapp. So dreckige Runde. Erst zweimal anschieß' und dann erst snipen. Aber Kevin, weißt du, was ich nicht verstehe? Der Typ, der meine Steam-Account-Daten hatte, hat jeden Skin, bis auf meinen Aave-Skin verkauft. Ey, der ist echt... Äh, nein. Ich war durchspielend. Aber auch meinen Aave-Skin, den werd' ich dann verkaufen, wenn ich mir ein neues Scan-Soda. Ey, pack die Waffe weg! Ehre? Wann haben wir denn da? Aber hast du keine zweite Authentifizierung übers Handy? Das hat nix gebracht. Das hat nix gebracht. Der ist trotzdem durchgekommen. Okay. Weil, also egal was man bei mir machen möchte... Ähm, was ist das denn hier? Alles brauchst du das Handy. Ich eigentlich auch, aber das bringt nix. Wenn die Trojaner auf deinem PC haben, mit Account-Daten und so, dann können die das über dein PC machen, glaube ich, oder so. Ah. Weil, ich hab überall To-Serve-Verification drin und der ist überall drin gewesen, trotzdem. Und, hauptsächlich halt, war Steam-Account, da war auch ein weiterverlust. Und, hauptsächlich. Vmcs. Valve, meine ich, hat ja ne neue Richtlinie aufgestellt, von wegen CSGO, oder nicht CSGO, sondern Gegenstände hin und her zu verkaufen, verboten. Mäßig. Haben sie aufgestellt, aber keiner glaubt, dass sie's durchsetzen werden, weil die so fett Minus machen werden und alles. Das ist, von vielen, die glauben, dann einfach nur, dass es so ne Absicherung ist. Das lustige ist hin und her, wenn es aufsteht. Fuck! Leute, dahinten liegt die Bombe, ne? Ja, ist da nur noch ein Gegner. Keiner. Wie bitte? Ruski regelt. Ne, Ukrainer regelt. Ukraini. Ukraini. Good Job. Ah, Junge, dieser CSGO-Voice-Chat, ne? Ja, das ist so richtig 43-Spit, Alter. Warum hab ich die Bombe jetzt schon wieder? Weil Frozen nicht da ist, du bist ja nicht besser, sondern du bist ein Blutverband und so bedarfst du jetzt in Auftrag. Richtig. Genau, einmal tief durchatmen, den Wut rauslassen und durchziehen. Aber Wut rauslassen ist bei mir anders. Noch anders. Ach. 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 Der ist hier weitergerannt. Siehst du? Der ist weitergerannt. Ja, der andere ist weitergerannt, aber der ist schnürschulig. Ja, der ist da stehen geblieben, nachdem er aus Lobby weiter weggerannt ist. Egal. Äh, auf geht's. Wenn's ein Custom-Game funktioniert hat, dann wird's hier aber auch funktionieren. Vielleicht. Ich hab gehört, Schrottflinte outside, let's go. Ja, nee, jetzt nicht outside. Ah, natürlich nicht in Minecraft. Da, da, da. Das ist Kevin. Aber ich brauch meine Skins wieder. Oder generelle Skins. Oh Mann. Keine Arme? Da ist noch einer. Der ist auf Pommes. Hahaha. Ach, come on. Der Ukrainer ist aber auch wild unterwegs. Junge, Junge, Junge. Ich weiß nicht, dass ich hier bin. Bumble ist bei der Rampe. Bumble ist bei der Rampe. Bumble ist bei der Rampe. Kann so low sein wie er will, Alter. Die restlichen beiden sollten bei Rampe sein. Ja. Beide? Das ist natürlich Krise. Valla, Krise. Oh yeah. So, wer, wer? Sie erwarten nicht, dass du aus meiner Leiter kommst, okay? Das ist wild. Boah, Alter. Ui. Gesundheit. Also, ne, man muting. Aber Ari. Hä? Wo sind die? Ah, du hast zwei mal die Kiste gebrochen. Ich wollte gerade sagen, die Kiste hat dir nichts getan. Aber wo ist der andere? Der ist wahrscheinlich im Lobby unterwegs. So wie vorhin auch. Oder der stand afghanspawn. Julia. Lol. Ja. Wenn du ein richtiger Russe reinlegst. Dann musst du das Mikro extra nah ran machen. Und dann... Ja, genau. Ganz wichtig ist aber auch, der Ventilator neben dir. Beim D. Was für Ventilator? Das hört man bei mir gar nicht mehr. Der ist da dran, so weißt du nicht. Was? 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 Das sind zwei. Nein, das ist nur einer. Nein, das ist nur einer. Komm hier. Er hört es wirklich in zwei. Ah, die steht in die Augen. Nein, nein, das war Garage. Aber die wissen nicht, dass du da bist, Psycho. Die sind bei A. Doch, wissen sie. Der kommt von einem Fuß. Ja, deswegen. Das war ja das, was wir jetzt gerne haben. Vorsicht nicht. Da kommt einer. Der letzte hört dich nicht. Höher? Ja, passt. Gleich hast du's. Schön. Okay. Über dir drüber, rechts. Du hast vier Schuss, ne? Da ist zwei. Ob das mit dem vier Schuss war, egal. Ja. Ja, egal, ich weiß noch. Das hat ja trotzdem gut gemacht. Der hat ja ein wenigstens gut. Ja. Warum hab ich denn jetzt ne LP? Ich wollte eine Schrotze. Fuck jetzt. Mal betauschen. Ich hab ne Schock. Ernsthaft? Das ist ne Scout. Ja, aber willst du ernsthaft fragen? Tauschen. Lass bei dich. Eben Arminen. Einfach gemein. Eben halt. Ab und vor. Auf jeden Fall irgendwelche beliebten Skins über, die das verschenken kann. Das ich allein verschenken kann. What the heck is going on? Erste Ava down. Noch einer down. Ava ist oben. Seit wann bin ich mit Scouts so gut, alter? Ich bin nicht getroffen. Der sitzt auf Heaven. Und in Garage. Also neben Garage, an dem Container. Der ist nach oben gegangen. Das könnte der von draußen gewesen sein. Da kommt mir was entgegen zu sein. Ja, das war der von draußen. Vorsicht Julia. Nein, nein Julia du gehst die Rampen runter. Der Mate ist auch schon unten. Seiko geht maybe hoch. Das erwarten wir uns nicht. Ich gehe nicht. Okay, nein. Einer guckt glaube ich runter. Wenn ich jetzt gerade richtig gehört hab, war einer Vent, ja. Links Julia. Okay, jetzt rein da. Rein da, rein da, rein da, rein da. Rein da, Bombe rausblenden. Wo war der denn? Nebenbei nicht dauerhaft Schiff drucken Julia. Aber... Elektrik. Bei der Tür ist noch keiner gerade. Fuck. Was? Low life. Ey, ich hab zwei Leute mit Scout weggemacht. Großen. Obwohl die beide nah warten. Alter, der hatte wirklich... Also der hat jetzt glaube ich noch... 6 AP. Oh, schade. Hat jemand Geld für den Abend? Nein? Schade. Egal. Ich wollte mir ne fucking AK kaufen. Keine Galil. Kevin. Kevin. Hier hast du die AK. Danke. Jetzt wohne ihm zwei AKs gebraucht. Werf mal die Galil. Da. Kann ich... Kevin! Na! Ja! Und wer von euch geht mit AK nach draußen? Während ich oben vom Silo pieke? Gegen die... Drei Armen. Hör auf zu pingen! Schieß ihn ab! Kann ich nicht, weil der nicht piekt bei mir. Also du bist allein mit dem Randy. Au. Kann ja nur gut gehen. Ja! Kann ja nur gut gehen. Ja! Siehst du? Alter, der ist der Quickscope-Gott des Todes, Alter. Ich krieg's kotzen. Haben wir nicht los? Nein. Nein! Oh, okay. Jetzt ist es los. Nein! Bad! 66! Drei! Mach's dir! Drei! Mit AK hätte ich die beide geholt. Aber ich hab die jetzt mit Kevin gegeben. Das ist Kevin schuld hier. Das ist jetzt Asi, das ist Kevin schuld. Das ist jetzt Asi, das ist Kevin schuld. Kevin. Oh, ähm. Oh, ich musste mir mal Sachen kaufen, in der Fall. Hi, Kabi. Sorry. Shoot. Nein! Nein! Du würdest dich krass mit der A-Bahn legen, Lars. Das ist dein Ernst. Du, ich hab das schon aufgrund gemacht. Au! Okay. Ja! Ist richtig! Ja! Ja! Ist richtig! Was ist denn falsch bei dir? Lobby. Wie die nachholen? Da sind ein paar viele. Mit Armin. Ja! Der Typ! Alter! Was ist denn der denn? Ironischerweise eigentlich brauchst du gar nicht mit dir schreiben. Sie hört dich doch eh, Julia. Mach's hin. Na ja. Äh, Krabi ist bei mir im Chat. Krabi, du hast vorgestern was verpasst. Nein! Gar nix was mit Papa. Oder auf dem Wiese was verpasst hat. Au! Das ist eine Doppel-Arme, ihr Wichser. Nebensächlich, dass ich hier die unterhalte. Fuck! Das sind drei Arven! Mit der Doppel-Arme hättest du früher kommen müssen. Das ist äh... Der ist nicht da gleich wieder. Junge, er hat bei mir daneben geschossen. Ja! Ich bin wieder gespannt. Wir haben vier Arven. Einen alkoholischen Wii und vor allem auch ähm... Ich hab der eine... Zu finden auf meinem YouTube-Kanal. Not gonna lieb. Überhaupt. Ja, aktuell ist er führend aus unserem Team. Wow! Mit Team Luca und Frozen. Ich hab wenigstens drei Kills. Naja, er hat einen Kill mehr als du. Einen Assist mehr als du. Einen Tod weniger als du. Und dafür hab ich einen MVP mehr als er. Hm... Woher denn? Wir haben immerhin die erste Runde gewonnen. Keine Runde haben wir gewonnen. Mensch. Und das war die erste. Und letzte. Flashbang! War gar nicht so verkehrt, dass tatsächlich was aussieht. Dann bin ich eigentlich direkt hierhin dran. Doch... Fuck! Au! Der Secret durch. Irgendwas geht auf sie so drauf. Vorsicht! Unten könnte was sein. Ja. Outside. So, Secret ist wieder clean. Jetzt der Outside, Julia. Kannst dich bewegen. Rauschen wird jetzt drücken. Sorry! Das musste aber nicht uns sein. Das musst du ihnen sagen. I'm sorry. Thanks. Ups. Oh, Mann. Ah, natürlich. Weil mit Absicht. Mhm. Nein, ich will keine Komme mehr. Das war Freitagnacht. Jetzt hat er gleich viele Tone wie ich, Psycho. Deswegen auch vorgestern. Alter. Eigentlich... Eigentlich haben wir zwar gleich viele Kills sogar. Aber... Ha! Leute! Fuck! Das ist noch einer mit Damage, Psycho. Sehr schön. Ne, ist immer noch einer mit Damage, Psycho. Outside. Ja, wo ich den Flash gebrauchen hatte. Ich hasse dich. Vorsicht in the red. Schönen. Einer ist Secret drunter. So. Also Julia, bei dir unten könnte einer sein. Hallo! Ist das Secret? Ne, er hat nur noch einen Freigold. Hält immer noch weiter nur noch einen. Ach, der hat sich selbst in Luca. Er ist unten in B. Aber er hat die Bombe weg von da, ja. Also ich bin in B, aber ich... Ach, komm Kevin! Was denn? Er war oben. Ach so, das war die obere Tür. Ach Gott. Was weißt du, warum ich da durchgesprayt hab, Kevin? Ich hab schon ein gutes Headset. Und dann hab ich doch auf deinen Call gehört. Hi Psycho. Ich war auf Julia drauf. Und das klang halt nach der kleinen Tür, wo sie stand. Du, da bist du nicht alleine, Klasi. Genau das gleiche hab ich mir nämlich auch gemacht. Aber das Geile ist, den Typen oben auf dem Silo, den hab ich in der Luft abgefangen. Der war gestunnt und ist dann gerade runtergefallen. Ja. Ja. Boop! Es war halt einfach, als ich dachte, ich hab eine AK. Ich wollte hier nicht runter, das ist jetzt schmerzhaft. Wir sind ein Rampa am pushen. Ja. Ja. Einer ist ein Nachzügler. Einer wollte gerade siegen, den hab ich abgefangen. Nein. Fuck! Da ist noch einer zu sein. Ja, das sind zwei auf dem Dach gewesen. Das ist der letzte auf dem Dach. Ja, da habt ihr euch aber, also, da habt ihr euch beide Flash Battle gegeben. Junge, Mandala hast du was anderes, du. Eieieieiei. Eieieieiei. Eieieiei. 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 Das war ein One-Tap auf seinen Kopf. Aha. Genau. Genau, Krabbi. Skillisch. Das sehe ich genauso. Der meinte es immer noch über mir. Na gut, ich habe ihn doch einmal getötet vielleicht. Aber na ja. Ist ja nicht meine Schuld, wenn er mir noch Schüsse läuft. Die haben eine Arme. Au. Fuck. Die SG ist gut. Krabbi. So, da unten ist es freisal. Jaaaaa. Na klar. Der Tod! Schön! Aber er ist definitiv sicher. Du hast die Bombe. Secret. Die Baum haben ja auch. Outside? One is secret? Secret hat der Maid. One is secret. Die sind alle oben. Outside. Du, Saiko, ich glaub, der kam über Rampe. Keine Ahnung, wo du draufkommst. Also, wenn der über Rampe kam, dann hast du Julia gefasselt. Was? Die sind über dir. Aber hier war keiner! Laut quasi soll er von Rampe gekommen sein. Ja, wenn er hinter dir war, Saiko. Muss ja. Der kann auch um den Container gelaufen sein vom Main. Also, alles gut, Julia. Das war nur... Spaß. Ja, ja. Saiko, willst du vielleicht einen A halten? Und ich mach draußen mit Aave. Wenn ich's hinkriege. Ja, können wir machen. Dann geh ich oben auf Kevin. Ah, du hast auch ne Aave. Und der Random hat auch ne Aave. Und Kevin hat absolut kein Geld. Schön. Ich hab ne Diegel, ich hab Ausrüstung, das passt schon. Wenigstens haben wir drei Aave. Aber einen mit ner Diegel nur. Ja, passt. Du, man muss Prioritäten mitnehmen. Der ist runter, der ist runter. Wie? Er hat mir im Sprung nen Aave-Hit gegeben. Kevin, draußen liegen zwei Aave. Die Secret, Kevin. Ach, come on. Die Secret, Kevin. Oh, ich hab mir zweimal verpasst. Nein! Da hast du die vier, du Mongo. Ja, und? Du wirst gleich von vier Aave gepusht. Ja. Warte doch. Weil die haben 100 Pro alle Nabe. Der kommt Wend. Wenn er dumm ist, kommt da Wend. Wenn er dumm ist, kommt da Wend. Noch einer wahrscheinlich. Ja, noch einer Wend. Hinter dir kommt einer. Also Secret kommt gleich. Wend. Ja, das ist die vier Aave. Hast du einen tollen verteidigt, Kevin. Mann! Scheiß Leiter! Warum geht's auch hinterher? Der ist so ein fucking Ding. Wir planen so oben auf A-Juber. Wir haben drei Arme, Kel. Warum gehst du hinterher? Das Problem ist, ich bin an der Scheiß Leiter hängen geblieben, weil die nicht mehr so hoch ist. Egal. Egal. Ne, ist ohne nächstes Glück. Niemals nächstes. Ach, ich wollte eigentlich vorhin gehen. Meier in die Fresse. Ja, geil. Schnappt ihr die Aave? Das ist Psycho. Nein. Bist du doof? Warum? Es ist die letzte Runde. Ach so. Das ist zu voll. Du bist zu doof. Oh, guck doch mein Skop. Oh, ja. Da hab ich mich drauf geackt. Da hättest du reingrätschen müssen. In das Darken. Ey, aber immerhin. Nicht schlecht gespielt, Juli. Also, alles gut. Immerhin. Juli steht mit dem geilen Armbaupp hier vor uns. Ich hab auch ne Arme in der Hand. Oh, Mann. Und Kevin hat nur sein Messer in der Hand. Oh, wie süß der Grogu mit Herzen. Oh, komm mal. Gut. Äh, ja. Schwierig. Ich wusste nicht, dass das letzte Runde ist. Neug rausnehmen, hab ich gehört. Ja, warte mal. Hat Krabi CSGO? Ich glaube nicht, dass Krabi CSGO hat. Krabi, hast du CSGO? Nope. Ja, schade. Okay, kann starten. Also, Julia ist bei sowas zuverlässiger als Kevin. Was? Weil du grad Nope gesagt hast, hat sie Nope geschrieben? Ja, hat sie. Aber hat Nope geschrieben, ich würd nur beleidigen. Hä? Du würdest nur beleidigen? Mhm. Krabi sagte, sie würde nur beleidigen. Eben. Ja, lass sie doch beleidigen. Was tun wir denn? Weißt du? Sie ist das deutsche Gegenstück zu dem, was wir CSGO nicht anders kennen. Wooski. Vielleicht meinst du, sie würd nur uns beleidigen. Ja, das tut ja wieder was anderes. Dann bleib fern. Wow. Wenn du Gegner beleidigst, bin ich dabei. Nein. Es bleibt Agency. Äh, Yuya. Geisel Map. Geisel Map? Das heißt, du verteidigst keinen Spot mehr, sondern du verteidigst oder greifst jetzt Geisel an. Das formulier ich falsch. Du beschückst entweder die Geisel, weil das deine Geisel sind oder du befreist die Geisel. Nicht anschießen. Nicht anbrennst. Keine Mollys wieder nehmen. Okay. Also Molly wird, der Punkt ist, wenn du die Geisel anschießt, wird das teuer für dein Geldbeutel. Wenn du dann Molly drunter schmeißt, bist du pleite. Ja. Oder du wirst gebannt. Ne, gebannt wirst du nicht, wenn du Geisel anschießt. Aber du bist einfach clean pleite, wenn du das machst. Äh, das ist leider... Was heißt leider? Das ist zum Glück nicht so wie in Rainbow Six, dass die Geisel dann down ist. Sondern, dass ich... Ach, Jan. Äh, ich wohne wieder mit Tiny. Nicht schießen! Ey! Ey! Was? Arsch. Arsch. Schieß aber, krasschen. Nicht du. Ich meinte die Gegner. Weißt du, ich stehe schon mit dem Messer vor denen. Hab den einen Typen geneifet und denk mir so, ja, komm her. Komm mit deinem Messer. Komm her. Knife-Runde. Let's go. Und dann schießt der weg, damit seine Schlesse nicht läuft. Rasch B. Rasch nach Ruhi. Ja, genau. Flasch. Yikes. Ich hab Geld gemacht, ich bin zufrieden. Einser, die sind da draußen. Suka-Rush BP-90. Wieso kann ich mir keine Flashtags mehr holen? Fair unfair, ist das denn? Einmal Flasch gekauft in Warma, kannst du nie wiederholen. Ist das unfair. Ich bin mit meinem Warma zufrieden, ich hab 12 Kills. Ich hab Kevin. Ha, au, 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 au. Aber Warp Agency, warum konntest du nicht Office nehmen? Office haben wir auch drin. Wir haben beide. Ha, 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 ha. Ich muss doch plätzchen Finster oder was? Das waren doch auch... Du kannst Fortnite spielen, Krabi. Dann kannst du auch fucking CS GO spielen. Come on, come on, let's go. Soll sie sich so anstellen, du Mimose? Also wenn du denkst, du bist scheiße, also ich glaub du kannst nicht mich toppen, wenn du das sagen willst. Ich kann schlecht. Ich kann schlecht. Ich bin schlecht. Seid hoch. Hast du mal mein M gesehen? Du bist relativ lang... Warum bist du eigentlich in Rainbow so gut, aber in CS GO... Weil ich hinkriegen kann. Weil ich hinkriegen kann. Weißt du, in Rainbow hab ich so nicht gut, dass ich ziehen kann. Aber hier... Oh, der ist gerade kopfüber für die Dinge runtergefallen. Das wird schon mehr kill zu mich, Julia! Hör auf zu heulen! Auf dem Mario! Nice. Meine Fressa, hat mir zu lange... Ich weiß, dass wir noch mehr sind, aber ich muss einen anderen Winkel haben. Also, das ist ein weiteres Video. Mann, Mae, halt doch mal hier, wo die kommen könnten. Unter dir, Kevin? Ich glaub, Rainbow muss ich auch mal wieder machen. Die war leeren USB-Idiot! Au! 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 Ich hab ihn noch getroffen! Ich hab ihn noch getroffen! Wer hat mir so denn los mit der Dulli gegeben? Au! Ja! Freu dich, Alter! Ich bin direkt in drei Leute reingerannt. Also es war wieder... Also ich hab so richtig Bock gehabt. Seiko, hast du gesehen, wie Grundsatz er mir mit seinen Dulli gegeben hat? Ne, ich hab Kevin zugegeben. Kevin war irgendwie gerade richtig spannend. Er wird sich verkackt. Das zeigt mir Motivation, dass es besser sein kann. Ein bisschen Valorant Gold 1. Noch ein Grund, warum du CSGO spielen sollen könntest. Boah, ich weine Valorant nur. Nur Platin 1, nicht viel höher. Ich hab noch nie Valorant gestillt. Das ist auch cool. Alle Weinwaren suchen, aber ich kann mich auch. Ne, ehrlich. Boah. So. 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 Das zeige ich durch. Hebe ich auch. Wie lange? Der hat nen Hit mit der Scout dort. Dierick Cloud? Na, scheiße, zwei am Stuhl, der andere hat mich. Ich glaube, ich habe ihn auch angehittet. Wer ist da oben drin, Kevin? Hier oben habe ich Kevin. Keine Sorge. Ja, aber Kevin sollte zwei an der Seite gehen, ja. Hier wird ich schützen. Ah, und... Er strafed wie der letzte Gott! Oh mein Gott, er ist ein Surfer! Ihhh! Verpiss dich aus unserer Elo, du Wichser! Der ist ein tausendprozentiger Smurf, der Typ. Ja, er weiß es! Wow! Der ist ein drickiger Hohen, Smurfer, der Wichser. Er spielt den ganzen Tag nichts anderes wie CSGO. Und er wusste zu hundertprozentig, dass ich da bin. Obwohl ich nicht nur mit gesehen habe, ich keinen Sound gemacht habe. Warum Burst? Let's go! Nimm die M4 mit! Nimm die M4! Bring it for me! Mal gucken, ob er dir jetzt fällt oder mit's. Bring it for me? Ja, keine Ahnung. Digga, was? Wer gibt's denn hier sogar? Äh, weiß nicht, ob er die CP ist. No, CSGO sieht schwer aus. Also ich rieche die Chris Kinn, ich hole mir direkt. Thank you. Kannst du mir ja holen. Test das einfach mal aus, Kabi. Get started. Ach, da oben sind welche. Ah, da sind zwei. Oh, die Flash war sehr gut, ja. Danke. Ja, du hast mich geflasht damit? Ah, ich hab nicht nur dich geflasht, ich hab auch mich geflasht. Und wahrscheinlich auch mit Julia. Ich hab einen runter gemacht. Oh Gott. Julia, hinter dir, ne? Aufm Boden. Hab ihn, Kevin. Wofür ist denn der letzte? Den hab ich gerade noch nachladen hören neben mir in der Ecke. Die haben wir aber nicht gesehen. Ey Kevin, hast du, wurdest du auch geflasht? Leicht. Ganz leicht. Ich hab hier oben runter geworfen, bin unmittelbar direkt nach dem, Download dauert 6 Minuten. Nach dem Ploppen hinterher gesprungen. Und die waren beide springflasht. Geil, Kabi ist auch schlecht dabei. Ja, aber wir haben jetzt hier echt kein Prime, blöd. Äh, können wir gleich spielen. Das Prime hier zu holen ist jetzt die Story der Suche. Oh, Kevin hat sich gebrei bewegt. Was ane du, guys. Das ist, äh, das ist komplett abgeflasht. Gibt's nen Lada-Frau dafür? Der ist ein Toilet. Oh, 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 oh. Ich stehe helfen, Kevin. Oh, ja, oh, 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 oh. Helfer lieber oben in Office. Hast du denn? Nee Mist. Oh, man. Julia, ich zeig dir jetzt, wie man den holt, hier. Julia O? Ja, genau. Ich schlechte Wacke. Wir bitten jetzt mit. Unde. Bühne. Wißt du, wie ich dem jetzt noch n Headshot hier geben hab, Kevin? Aber ich hab ihn gebeten. Behalte. 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 Möcht jemanden in der Waffe? Ich hab Geld. Ich hab Awe. Behalte. Darf ich? Ja, behalte ich hier. Irgendwas ich kennen könnte? Oder ist es von Star Rail? Let's go. Let's kill people. Because we have anger issues. So we can see him kill off. Let's kill people. You come on Star Rail. Das war so. Ich hab anger issues. Da geht das nicht anders. Ich glaub wir wollen Office nimmer. Ja. I'm dead. Ähm. Ich hab ein paar Sekunden überlegt. Und dann bin ich gestorben. Kannst du ja jetzt peeken zeigen. Jetzt kann ich ja wieder peeken. Ich wollte ja nur flashen. Office ist drin. Ich stampf mir die letzte. Ah. Ey, flops doch nicht. Star Rail. Was zeichnest du gerade? Hat sie gerade geschrieben. Yuko mal Star Rail. Ja. Ah. Okay. Star Rail ist neues Spiel. Ich hab ein altes Sein gerade. Keine Ahnung welche Figur ist es. Ich guck's mal nach. Ja. Die sind schon close. Okay Mel. Er spielt halt Negev wie Luca alter. Du musst halt auch wirklich der ball siehste Typ sein um Negev zu spielen hab ich das Gefühl. Na gut Seiko. Der Ansatz ist gut. Weil boosten können sie immer noch. Doch die sind zu zweit. Wow. Ja aber der eine ist nicht in Office. Siehst du? Der ist nicht in Office. Jetzt können sie nicht mehr boosten. Jetzt kannst du unten nehmen. Der rotiert zurück. Der rennt. Meine erste digitale Zeichnung. Uh. Uh. Er ist wieder Office. Benjamin. Ja der kommt eh nicht zu euch. Wo? Der ist immer noch in Office. Oh. Was ist jetzt? Aber. Hat der grad ernsthaft noch versucht irgendwie was zu reißen in dem Office? Der ist doch nicht wahnsinnig weil sie an den Geisel rangekommen. Ach Gott. Seiko ich hab ein Spielzeug für dich. Hier bitte. Oh. Oh ich hab den ein Spielzeug Ja ich hab ihn gefunden. Du musst ganz nach vorne stehen und du hast nur EINEN einzigen Schuss. Arschloch! Shoot! In dem Moment, wo ich nur meine Waffe kaufen wollte, bin ich ausgeklopfen. Ja, schau mal. Den Kill mit dem Zollchen, da bin ich richtig schlopfen. Los geht's! Psycho, kannst du hinkriegen? Einer ist low. Der war hier unten noch. Der könnte jetzt sonst hochkommen. Au! Nein! Er steht links in der Ecke. Im Office. Arne, ich bitte will einen Tailor. Dann bin ich Tailor. Auf einmal schießt er, ist der Mädchen, Junge. Jaja! Au! Nein! Au! Ich glaube, ich bin gerade in der Sack. Throwing Flashbangs. Throwing Flashbangs. Throwing. Wot, hat er die Skabe? Der mag ist Tailor. Warum? Ja, aber doch die Falle laufen, Julia! Ja! Wieso, man kann doch nicht einkaufen, so teile Buki-Dinge nicht. Äh, 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 da. Psycho, dropp mal Alka, ich weiß genau. Äh, ich weiß genau. Dropp mal Alka, ich weiß genau. Hauptsache, der Randy schmeißt mit fucking Utility um sich. Let's gooo! Oh, ich drücke jemanden. Jaaa! Was? Jaaa! 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 Jaaaa! Uuuuh! Kev! Jaaa! Cycle, ich bin stolz auf dich! Sie sind schmitten, die sind wirklich gegenfeitig. Weil die dumm sind. Ich glaub, die mögen sich nicht mehr. Ach, komm, schmack! Mwäh! Wir kommen bei der Treppe, Cycle. Ja. Als ob der nicht drauf war. Als ob der nicht drauf war! Couch, der ja auch ist. Aber einer kommt noch da unten hinter dir, Cycle. Ja, einer kommt noch auf der Keepseite. Ich muss mal riechen. Ich hab so... Ich muss auch mal riechen. Uuuuuh! Der war krass! Ich hab's aber mehrfach für Orange gepinkt, Mann! Das ist zu Heiming, Alter! Ich hab's mit der Beine drunter. Also er ist halt... Er ist halt einfach Team in der Gap's Pro, ne? Ja? Ich lebe halt auch noch zwei. Ja, die sind doch schon bei den Geysern. Stay there! Stay there! Warum gehst du jetzt weg, Mann? Außerdem hast du einen gesehen! Wer ist da? 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 Er hätte es so gut runterspielen können. Der macht sowas. Oh, das wird so gut geworden, ne? Warte, das letzte Runde vor der Hälfte, ne? Ja. Oh, ich bin so am überlegen, ne? Ob ich die G3s G1 nehme. Muss nicht, die ist Boden los, die ist scheiße. Die macht Two-Hits. Nimm mich halt auch, du Arsch. Ja? Mach das auch! Bye! Cycle im Trackpad. Let's go! I'm gonna kill you. Auf der RT-Seite würde ich immer A-V-Force-Kamen gehen. Oh, das wird Party in Office. Oh, das wird Party in Office. Julia, nicht geblieben. Bleib da. Nein! Weißer der Ecke in geblieben! Achte da oben drauf, wenn dann. Da kommen welche, Kevin. Ich weiß. Ah, ich glaube, die G3s auch. Molotov. Julia, oben gucken. Oben gucken. Da, ja, da oben gucken. Da, da sind welche, da ist mindestens einer. I'll lighten it up. Gut, jetzt könnt ihr da nicht mehr. Komm, nicht zu weit vorgehen. Ja, rechts von dieser. Kevin, da kommt jemand. Nimm die Waffe in die Hand, Julia. Der ist mich verarscht, Alter. 60 in 1. Bleib da stehen. 60 in 1, Toilets und Office. Ah, nice try. Office, Office boosted und eine gute Treppe. T-Office. Ach, Office boosted. Die haben ne Geisel? Nein. Nein. Nein, das war cool. Das ist die Aqua Spasti. Der letzte hinter dir. Nice. Safe. Wo? Mhm. Von jetzt raus. Where is he? I don't know. Mach einfach so. Okay. Ich sag's ungern, aber Agents ist so ne Map, da kannst du den nicht bringen. Ja. Du siehst du nicht schnell genug. Du siehst du aber nicht, wenn der von rechts kommt. Ja. We're gonna die. Okay, der Spot ist vielleicht machbar. Mhm. Der muss auch nur rechts schnell genug reagieren. Rechts, links, links. Der hat jetzt erst die Geisel aufgehoben. Also das dauert noch, bis der hier ist. Ja. Vielleicht halt auch nicht unnötig. Ja, ich glaub nicht, dass er dann 20 Sekunden da ist, oder? Doch. Der kann durchrennen. Beine, die hat auch ab geht's. Ja, gut. Und die Frage kommt jetzt vor mir, oder von links? Ja. Er hat die obere genommen, oder? Links. Nee, nee, nee. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Und ich hab gedacht... Ich dachte, der hat bei dem Cheaper die Scheibe zerschossen. Ja. Aber das war tatsächlich mein Gedanke, dass er von da links kommt. Schade. Was ist jetzt? Oh shit, jetzt sind wir hier. Ja. Ah, Gegner ist getroffen. Ja. 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 Jetzt gehst du unten links auf Ausrüstung und kaufst ein, wenn du es auf Deutsch hast, Geisel-Rettungs-Kit. Ja. Geisel-Entschärfungs-Kit, I'm sorry. Rettungs-Kit. Ja. Das ist wichtig. Das ist das Geisel-Entschärfungs-Kit. Nein, das steht Rettungs-Kit. Nee, Geisel-Rettungs-Kit. Geisel-Rettungs-Kit. Ja. Warum hab ich's überhaupt auf Deutsch, das Spiel? Ich hab's auf jeden Fall schauen. Äh, weil es standardmäßig ist. Weil du Deutsch bist. Bei Steam gemerkt, gecheckt hast, du bist Deutsch, also Deutsch. Oh, noch einer ist Dead. Der ist in Nummer 5 gehen drauf. Dead heißt nicht gleich Tod, die sind einfach raus. Deswegen, ja. Und Dead. Die Toggle, die Toggle. Die Toggle? Die Toggle? Ja, die machen jetzt tief an. Oh, sie fordern aufgrund von Inaktivitäten aus dem Spiel. Hä? Was? Hä? 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 Wie? Was ist denn da jetzt? Das hab ich auch noch nie gesehen. Also deine Sachen liegen da. Aber jetzt kann ich deine USP nehmen. Weg mit der. Ich hab mir auch was gekauft. Hauptsache bei Julia liegt dein Entschärfungs-Kit. Genau. Oh. Ey. Der will meine Blutis wieder haben. Die USP brauchst du ja. Äh. Ja, die muss Julia geben. Musst du mit Julia abklären, nicht mit mir. Guck mich an und drückst du. Ja. 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 Warte, Psycho richtig? Ja. 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 Dann wirf mir die USP rüber. Ja, warte. Hier. Dankeschön. Ach, deswegen kommt mir so bekannt vor. Ich glaub ich hatte den auch mal. Finger weg vom weiten Blutkick. Wir finden sich in einer Geisel-Härtungszone. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir haben nur eine Freigegnacht. Eep. Und die Startpause. Eie. Eie. Ne Kevin du kriegst kein nächstes. Du bist zu langsam. Verleck nicht. Knapp die Hand wie ich jetzt bin. Fisier. Oh. Oh. Kantau. I'm ready. Aua. Fier weg. Knapp euch jetzt die Geisel. I'm not staying there. Oh mein. Oh Gott. Geh weg. Hopp. Glazi. Eie. 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 Alter. Das ist nicht das erste Mal heute. Aber in dem Game. Das war ein schöner Schuss. Eie. 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 dass du mich mit dem Bein hier nicht alleine lässt. Ich kann nicht wählen. Obwohl ich kaum mit euch rede. Ich bin gerne. Und du redest die ganze Zeit. Ich doch nicht. Du, also da war's. Der Teamkill war's mir wert, den 13. Kill zu verlieren. Aber so war's von. Du Bastard. Ich bin ja dafür, jetzt einfach so drei Runden hintereinander und mal rechts Klick in seinem Rücken. Ich trau dich. Als Strafe. Willst du Rechtsklick machen? Rechtsklick? Ja, käme ich. Ich töte dich nicht. Der Zeiss macht nur genauso viel Schaden. Nicht, wenn ich dich vorher umdrehe. Wenn du ein Team mit voll HP in den Rücken zeust, dann tötest du ihn. Darf ich das machen? Vertrau mir, ich weiß, du sprach Tobi. Tobi. Das ist der Bumus. Der gibt's neuste. Oh, hier ist ne Toilette. Schau mal Kevin, wo sind die denn? Da. So gone. Ähm. Der Juni hat mir das nötig gemacht. Der Juni hat mir das nötig gemacht. Der Juni hat mir das nötig gemacht. Ich wollte ihn zeissen. Nee, ist nicht. Schau mal raus! Abt Ich hab für veut Mr. Bumus. Der ist schon die ganze Zeit da. War der wirklich schon die ganze Zeit da? Ja. Oh no. Das ist ja unser Taxi-Gehit. Wusste ich natürlich. Weil wir ja so krass vom FBI sind. Wir sind ja so unaufällig. Ganz unaufällig. Ich mach gleich ein Street 6, ein 1A, du gib dir plötzlich jetzt schon. So, darf jetzt keiner. Hallo? Nein, random, don't do it. Nice. Das sind Zeug hier. Irgendwie Köln die ganze Zeit angeschossen. Mit Kevin gerade eben ist gesprungen. Wir hätten auch Kevin jetzt gerade eben den zweiten Tor gekriegt. Hahaha. Ey, wieder zu vierte Gegner. Ja. Oh nein. Wollt auf Kevin drauf. Wieso? Wir haben doch eh schon geboten. Wir haben gar keine Chance mehr zu gewinnen. Damit ihr gar keine Möglichkeit habt mich anzuschießen. So nämlich. Das ist der Weg. Das. 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 Nein. Karma. Zockt. Äh. Gezoist. Karma. Gezoist. Letzter hat Aave ist bei der Treppe irgendwo. Nicht bei der Treppe Psycho. Hinten. Da wo der Mate ist gerade. Boah. Was? Wow. Hat der Mate zum den Turnen gegeben? Du hast es gesehen Kevin, ne? Mhm. Aber mit der Negge. Ja. Das war der erste Sieg für Julia. Ja. 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 Wir dürfen nur noch einmal mit dir spielen. Ja. Ein Gewinn. Ja. Gut. Wir dürfen nur noch einmal mit dir spielen. Ich bin eh noch lange wach. Ich bin eh nicht mehr lange wach oder ich bin eh noch lange wach? Ich bin eh noch lange wach. Alles klar. Wir spielen heute so lange mit dir, bis wir mit dir gewonnen haben. Habe ich auch so gehört. Und wenn wir gewonnen haben, gehen wir in Rainbow. Oh. Warte, warte, warte. 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 Achja. Da war ja ein Psycho. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Warte. Wie geht's mit Krabben? Die will heute nicht mehr. Achso. Okay. Gut. Entschuldigung. Ja, nein. Das wissen nur Julia auch nicht. Ich bin noch nicht mehr Silber. Ich bin... Holzliga. Vor allem, was heißt das denn ja? Da kann ich ja noch nicht mal mit euch spielen. Krabi, du kannst mit uns spielen. Wir werden dann Fulltrupp und mit Fulltrupp kannst du immer spielen. Ja. Global ist alles. Gott sei Dank. Ha, Gott sei Dank. Ja, da muss ich heute ja noch dieses Fensters-Challenge hinführen. Oh Gott. Erst? Ja, Digga, das ich mach erst diese Challenge fertig. Ab dem Moment spiel ich dann mit euch. Oh, je. Die haben so viel Spaß. Ich weiß nicht, welche Fenster alle zählen. Werd ich dann herausfinden. Das Schlimme ist, du musst die innerhalb von einer Runde alle kaputt machen. Eben. Und das ist sehr unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass CT dazu neigt, auch sehr gerne Fenster kaputt zu schießen. Warum nicht 5 Geiseln? Wie dumm. Wie dumm. Hast du, James? Wir haben keine 5 Geiseln, es gibt nur 5 Spots, wo die Geiseln sein könnten. Ja, hab ich gerade eben auch realisiert. So. Ich geh ein paar Clip machen im Warm-Up. Ich muss mich nicht aufhören. Ich muss mich nicht aufhören. Ich muss mich nicht aufhören. Ich sag's ungern gerne, Warm-Up zählt nicht. Ich wollt grad sagen, also ich kann schon mal behaupten, Warm-Up zählt nicht. Wie lad ich nach? R. Ach, R. Ach, okay. Mach dein Reload, ist er. Bin ich doof? Oh. Hey. Er neifet. Das ist ein Ehrenbruder. Natürlich. Und weil Julia neifet dann nicht mehr. Au! Ich hab grad nur aus Zufall gefunden, wo die die ganze Zeit spawnen. Hab eigentlich auch nicht dazu gesagt. Ja. Die Waffen von den Gegnern nutze ich nicht. Ja, richtig. Meine eigene Waffen nutze ich nicht. Komm nur das Knife raus. Ich hab einen. Aua. Ja. Junge. Iiiiih. Der ist im Seitenhaus. Wieso? Der ist auch nur mein Schlimmkild dran. Iiiih. Der ist im Seitenhaus. Das ist so die einzige Möglichkeit, wo ich Team... Also Kills kriegen. Ha. Voller. Schön, dass du Teamkills hast. Ich wollt nicht Teamkills haben. Ich hab dich einmal getroffen, dann gib es nicht. Iiiih. Ich bin direkt klar, Julia. Ich weiß direkt Bescheid, auf was für Insta du bist. Aua. Au! Nicht Ring Around the Roses. Uuuh, ich bin dann tot gewesen. Oh my god. Na, meine Waffe. Auaah. 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 Kapperschlange. Wo ist er bei der Kassel? Kann ich was kaufen? Oh, ich kann mir was kaufen? Ein andere Wollwoll. Ich bin aber gespannt. Ich fang jetzt den sowas von in die Fresse. Du bleibst bei der Geisel, Julia. Na gut. Warte, wo ist die Geisel? Einer ist links von dir gerade, und die andere ist Sinter. ich will dieses messer auch gerne machen, das ist so schön Ach, Psycho-Pick, du mal, du hast ne Gegel Ey! Boah! Lassi Lassi Warum musstest du nochmal treiben? Denkt euch doch nicht selbst um, ihr seid so dumm Bisher ist es einfach nur über Eiler Lassi, ein Schuss hätte gereicht Das ist zu weird Na gut, dann kannst du aber schön alles kaputt gemacht Ne, das hat damit nichts zu tun Ja geil, ich hab ein Kind ermordet, die hast nur 100.000 Jetzt seid ruhig Das wird man richtig nicht schweigegeckt Ja Lohnt sich nicht Wer steht eigentlich vorne? Ah, Trachner Schau mal Adios Wer rennt mir danach? Die Dürre Mach ich aber Nein Ah, ich würde es so gern wieder nehmen Ah, ich würde es so gern wieder nehmen Oh ja, kommt der Kommt der Kommt der Kommt der Kommt der Guck da einfach weiter Dinger runter Aber Ich sehe gláss Forsyke Kellj Rob minute Brauche ich wieder Unterstützung Entweder verrecke ich jetzt oder Brauche ich jetzt irgendwo Erstes fertig Man er grabsencik W� Alles gut Bleib bei der Keiser sog estàn Alles gut Frank Der hat's im Kühlschrank. Links Kevin war der. Der ist auch schon bei Yulia im Abstellraum drinnen. Im Abstellraum ist er schon drinnen. Ja, der ist sogar schon weiter. Hab ich jetzt? Ihr habt doch jetzt 14 Fenster! Maaan! Das zähnen wirklich nicht alle. Ich frage, welche zähnen denn? Dein Kuh kriegt seine Igel. Ich hab keine Igel. Ich hab keine Igel. Ich soll jetzt mal in den Kühlschrank legen. Einfach nur wegen dem Skin. Wow. Oha. Dann nicht. Du hast ja eine ohne Skin. Ich fahr wieder zum Kühlschrank. Ah ne, ich darf nicht. Wir werden sie dann wieder machen. Ich sammle Awe. Spring und Rucken. Spring. Also von vorne. Spring. Satio. Satio. S-T-A-G. Oder C. Ah. Und jetzt? B. Spring und Rucken. Ja. Ja, du bleibst springen. Ja. Flashbang. Was mach ich? Halt mir den Rücken fein, dass die da halt nicht von hinten kommen kommt. Mach ich. Ich hab schon einen Tod. Weiter hochziehen. Nö. Wir haben ne Geisel. Ah, nicht bei mir. Ja. Jetzt sind zwei Geiseln wieder, das ist das Problem. Fahrt die Arme, 27 mit 1, wir haben ne Geisel gemusst. Sonny. Links wird aufs Warten. Vorsicht links, der zielt auf dich. Nicht? Äh, jetzt müssen wir gar nicht mehr. Hä? Einfach verlesen. Hinter dir! Hört! Oh! Einfach, stopp! Mist! Ist gut, ist gut. Ja, kriege ich. Was denn? Die Waffe liegt aus. Meine. Kannst du mir eine andere Block mit? Na okay. Wem? 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 Willst du jetzt die M4 oder die AK? Ich am eh. Alles gut. Huiiii. Ich hab noch ein bisschen Geld übrig, glaub ich. Geh wieder auf meinen Spot. Ich geh wieder auf meinen Spot. Hoch und drüben. Hoch und drüben. Hoch und drüben. Oh, ich werde jetzt so zu smuttern. Hoch und drüben. Natürlich. Ja, ich halte wieder rückenfrei. Falsch. 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 Ich hab grad keine Ahnung, wo die kommt hin. Falsch. 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 Er ist halb HP, Alter. Er ist bei der anderen Geisel. Ja. Falsch. 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 Er rennt wahrscheinlich auch fast durch. Ich würd sagen. Er braucht drauf in seinen Entlauf zum Spawn. Wenn der nicht schon durch ist. Nein. Du musst hinter mir aufpassen. Guckt einfach beide. Die Sachen abgucken. Ich wollte gerade sagen, du hast ihn nicht gesehen. Da hat der Psycho kurz ein Blackout. What the heck? Boah, mach ich jetzt was? Ja, ich mach was ganz dummes jetzt. Du bist deine wirklich Flosenschwester. Was denn? Ich liebe ihn. Braucht ihr mal was? Ja, weil Frozen steht genau immer... Was denn? Alles gut, bleib so wie du bist, bitte. Ja, wie ist denn da so schnell durch? Er hat doch nicht mal eine Scheibe zerstört. Er ist Ninja. Sideway, ich war fast in deren Spawn. Fuck, hast du gut gemacht. Hey, was machst du denn da? Was denn? Als wenn du nicht durch die Wand fahrst. Äh, du musst da runter gehen, ja? Die holen sich gerade die andere Gelbe. Ja, und da, höher ziehen. Ja, 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 ja. Ah, 9-2. Alter hat sich gut ins Sandwich gestellt. Nice. Gar nicht reinpushen und einfach komplett safe hier. Ja. So. Julia, du hast ja genug Geld. Geh mal zu gewähren und mach Steuerung linksweg auf die AK. Steuerung. Okay. Genau, und jetzt kannst du sie selber eine Waffe holen. Schnell. Ah, hast du schon gehört. Hab schon. Sei die Ecke. Äh, für dich als Erklärung, Julia. Wenn du STLG drückst, also Steuerung, dann dropst du die hier. Ja. Dann schmeiß ich die weg. Boah, hab ich ein De-Smoking geworfen. Oh, Vanille in den Kanten. Vorsicht, Vorsicht, Julia. Ich hab nicht stelliert. Ich bin der Köder. Ja. Okay, um Nova. Unser Kopf zählt. Ich bin nicht auf Boden. Fuck! Scheiß Hafer! 69 Damage neben dem Sofa. 69 Damage letztendlich. Fuck! Yo, Violet. Let's push them together. Ne, er ist Violet. Ja, aber Violet, willst du push them together? Ja. Weil er grad den Spawn gepusht ist und ich auch in einer Runde. Und wo rennt der denn diesmal lang? Mann. Ich bin nicht so. Okay, die Krise. Okay, ich muss stoppen. Okay, ich muss stoppen. Mordstück kommt nie. Äh, vorsichtig. Kennt ihr, die sind noch zu weit weg? Ja, natürlich. Ich hab mich mal gepieht. Wie konnte die Aabe mich sehen? Die sind komplett durch. Und wir sind bei der ganzen Welt. Aber du kannst den Peak rechts nutzen. Vier Gegner. Vier Stross. Bitte. 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 Bist du von rechts kassieren? Ah. Ist der andere nicht gestorben? Das war kein Collateral Shot. Doch, die standen hintereinander bei mir. Ja, das muss aber ein Headshot sein, um Collateral zu werden. Angeschossen. Ich wollte gerade sagen, den hast du auch gehiltert. Den könnte auch einfach rechts lang gehen jetzt. Mhm. Guck dir jetzt ab, Karl, lol. Hätten wir doch vorher gewusst, der Zuhörer schon lange dahin gehen können. Dann wär ich auch viel früher losgerannt. Ah. Weil ich hab die ganze Zeit nämlich nur so gedacht, so ein Kollege kommt jetzt vielleicht von hinten. Fuck. Egal, nice try. 커� добав Ja, ich war ein Broker. Da war meine Güse wieder. Als ob sie sich genau in dem Moment trennt, wo ich auf sie draufziele. Mann. Ich steh in bosses BRAIN mit Afer. Ja, es wird mir jetzt nicht wenig. Du kannst das ganz vorne nicht bei der Eingänge abnehmen. Oh, Lang hat es durch. Früher, du musst da weg. Also Lang hat es durch. Leise, leise. Der Peak ist böse, Kevin. Naja. Okay, eine Geisel haben sie. Ich lauf schon mal zur anderen Seite. Du musst also leise, aber laufen. Lauf, 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 lauf. Komm mal auf das Auto. 21. 21. 21. 21. 22. Aber ich gehe da nicht drauf. Der Spot ist doof. Weil dann kann ich nicht richtig gucken. Haben sie beide eine Geisel? Ja, es sind zwei Geisel. Vielleicht rechts und links. Ja, wahrscheinlich, wenn sie es schlau machen. Da war eine Flash. Wahrscheinlich nur eine Flash. Wehe. Wehe sie nicht. das blöde ist aber auch die haben auf der rechten seite haben sie in engel wo du sie nicht sehen kannst na ich hätte einfach rechts da bleiben sollen wo ich war es gab natürlich sobald sie dann direkt in die ecke kommen und die ablagern das ist die stelle wieder weg als sie da war ich stand da draußen mit aber durch die fenster die können hier abliefern ja ich konnte hier alles ab eben von draußen nicht da gewesen wäre ja ja doch seid ihr ja die anderen ein gegen die ecke gehen das ist ja der knackpunkt aber ich habe ich habe bis hier reingucken können bis zur türen 15 16 17 18 19 weil der random den voll im nacken kleben und er kommt bei mir raus ja 30 in zwei braucht noch 30 jahre los links bei ihm der fenster eben war da also ich habe ja scheint wohl so dass das nur 14 bestimmte geben die zählen und diese 14 ja das war ein guter push da war eine schnelle runde also du die war schnell die runde ich hab ein revolver ja das hast du und deswegen ne nehm ich mit mach jetzt ein revolver one check das waffenkaufen sieht kompliziert aus ach eben wo aber wie ist auch nicht anders ich bin ehrlich ich glaub einfach das was man da die kapitel auflösen von allem direkt ja bei dir aber auch noch nicht genügend dafür arto weil sie aber auch noch nicht genügend waffen haben dass das so ne auflösen hat ich bin ehrlich ich glaub immer nur die waffen die ich noch leisten kann ich weiß die haben eine arme da war die arme ja ich hab auch eigentlich auf seinem kopf gezielt aber du hast nicht abgedrückt doch hab ich bei mir kam der schuss sogar raus ja ist aber nicht durchgekauft ja weißt du aber ja weißt du aber ja in cs2 wär der auch tot äh ach ich bin alleine hätten wir wahrscheinlich so getradet ja eben das geht ja hier das ist sehr schwierig gibt's denen noch das geht hier gar nicht in cs2 ist es die nicht möglich ja im cs2 wäre der auch tot äh ich bin alleine man muss aber sagen äh recht ausgeglichen das game noch ja die rein die die Ladies einmal Molotov! Grenade aus! Was? Okay. Was ist das, was die Arbeit macht? Kau, Wiener, Klau! Da liegt auf jeden Fall jetzt eine und da... ...müssten beide da drückt sein. Der andere ist hinten im Office direkt selbst. Aua. 27. Der ist da hinten, ja. Kevin, du könntest die Geisel nehmen. Ich zeig gerade dich. Ich zeig dir schlecht auch. Oder auch nicht. Also ich habe gerade mal geguckt, es gibt tatsächlich mehrere, das ist nicht gewollt, sondern es ist tatsächlich ein Bug. Manche können diese Trophäe kriegen, manche nicht. Stark. Was belastend. Ich habe hier noch Velf. Oh, woher bin ich denn nicht? Jetzt habe ich über Bock mal wieder die Pottelstall zu gehen. Ich stehe quasi... Kommst du von hier drauf auf die Pottelstall? Weil das auch von Velf ist. Da bin ich überhaupt lang gelaufen. Hier wieder lang, einfach hier und jetzt links. Und dann wieder links. Ja. Ich sehe schon, ich verlaufe mich immer. Nein! Sieht gerade aus! Ja, ich habe mich auch gerade in der Nähe nicht. Ich bin hier lang. Ich bin gleich mit Julia da. Kannst du schon noch ein Jahr sein? Ey! Boah! Wenn dann schon... Lass sehen, du bitte. Ach komm schon! Ich bin drunter. 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 Ey, ich lebe noch. Klar, sie. Abgeschraubt. Ganz ab. Ja, um sie zu sehen. Aber Psycho hat das sogar abgeschraubt. Seid du hast da? Wie weit? Also hier drüben ist alles los. Ja, 87 in 3, Junge. Wieso ist er direkt auf dem Kopf? Vorsicht, da ist einer kaputt. So random. He's low. To your left. Boah, krass! Was war doch krass! Der Mate hat sich einfach seine Geisel genommen jetzt. Run, 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 run! You got this. Run! Run, 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 run. Ah, warte mal. Ich bin jetzt auch krass. Digga, ich dachte grad, dass der Ram ist. Oh, ist gut. Well done, Mate. Well done. Digga, was sind das für Stimmen, Alter? Ja, die sind halt komplett anders. Äh... Malzeit. Das hört sich schlimmer an. Let's go, let's go. Aber ich hab dich sowieso gemutet, Psycho. Ich will gestehen. Wie bitte? Oh... Ich hab den Sound gemutet von dir in CSGO. Wie traurig ist das denn? Ich glaub doch's passiert, Psycho. Da siehst du drin. Ich bin Alpha. Ich soll nicht vorrennen, wenn ich die Schmerzen... Du bodenloser Hurensohn. Uh, ja. dann hast du aber ganz schön auf die schnauze die gertrud junge eine der gerund rechts von dir jetzt immer hinter dir ja rechts von dir jetzt wieder haben wir sie doch nicht funktioniert funktioniert auch Ja, weil ich dann auch überfordert. Ah, Psycho, du kannst mit mir schon eine Ase dropen. Ja, klar. Sekunde. Ah, schade, ich hab ihn ja wieder rausgenommen. Ich wollte gerade einen Revolver dropen. Das ist das nicht. Hätte ich genommen, ganz ehrlich. Du, ich bleib mal bei Julia, dann hab ich gleich einen Sniper. Hä? Ja, die Nova hab ich ja dann gleich. Stopp! Was ist denn? Die stehen halt schon bei uns. Egal. Oh, er ist darin geschickt und ist treffig noch glasig. 99 in 1, Kevin! Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Was macht ihr hier? Danke für die Nova, Kevin, I guess. Ich bin voll weit. I'm gonna die. I'm gonna die. I'm gonna die. I'm gonna die. Jetzt kannst du... Das ist tot. Ey, die Necke. Wenn dir nachgeht, dann kannst du Boxer auf die Kette verschicken. Lauf! I'm loving it. Abwarten. Ah, nee. Ah, nee. Ah, nee. Ah, nee. Der war auf dem Papier. Der war auf dem Papier. Ich hab ihm noch einen Headshot gedrückt. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Oh, Gott sei Dank. Der hat den Headshot anders getankt. Mit anders hast du getankt, Alter. Kein Geld. Kein Geld. Oh, hier kann ich mehr auf der Basen. Ich bin dran. Oh, das ist ja auf der Basen. Letzte Runde direkt pleite. Wir haben hier. Das ist eh letzte, aber so oder so. Achso. Ob wir jetzt gewinnen oder nicht. Wo ist das der Wind? Psycho, ich glaube. Oh, Jesus. I'm coming to die for you. I died for you. Hier steht einer. Ja, wir können jetzt durchruhen. Ich denke, ihr steht. Nein, da ist keiner von denen gewesen. Junge. Ich bin da, um zu schießen. Ich bin da, um zu schießen. Er ist draußen. Ich bin kurz auch da. Er hat den Blick auf mich gerichtet, Chef. Äh, was ist das denn? Das ist der Wahnsinnig. Ist der jetzt schon tot? Cheat. Da sind wir durch immer noch. Ja. Ich denke, das ist kein. Papier gelaufen. Oder in unserem Spion. Ja, Papier. Nein! 350.000. Zack. Alter. Alter. Ey, warum bin ich ältester? Willst du, Jaysaid? Oh. Oh, ich hab ein Herz gekriegt. Das könnte ich gerne tun. Hast du mir eine Freundschafts-Erfolge geschickt? Krabbel. Ein Herz für armen Dujas. Dafür, dass ich kaum geschafft habe. Jetzt will ich mir das anscheinend. Versiegelter Kaffee. Oh. Bitte. Jetzt. Oh, ich hab ein Hahn bekommen. Ich kann da rummachen. Die Folge ist halt jetzt nur... Bäh. Das wird so riesig. Meine Fresse. Okay. Okay. What are you doing? Ich lass mich räumen. Hab da noch gewonnen? Ja. Hab wir. Oh, ist das auf dem. Okay. Office raus. Only train jetzt. Oder noch eine andere Map? Ich weiß nicht, was Kevin gerade meinte. Von wem hast du mir eine Freundschafts-Erfolge geschickt? Ich hab ja nur gesagt, dass ich sie einfach schon mal adden soll. Ich mach's auch. Glaub ich. Also, Dai, dass wir dann... Ja, dann bleiben wir zu trainen. Schön auf Russisch im Profil. Schön auf Russisch im Profil. Ich geh kurz pinkeln, ich komm gleich wieder. Mach das. Gefunden. Rabbi, Anzeige ist raus. Ich hab's auch gemacht. Warum hab ich eine neue Chat-Nachricht? Ich hab auch eine Freundschafts-Erfolge geschickt, Lobi. Mehr Freunde! Krabi hat Fame, ja sowieso. Hallo. Das ist guter Fame hier. Das Hände war schnell. Ich hab ein fettiges Rackflug in der Hand. Ein schwierigeres Bild. Also, wenn du das Wii Sports oder Guitar Hero Ding sehen willst, kannst du beides bei mir auf YouTube sehen. Die Wii Sports war witzig. Als ob du dir selbst dran geguckt hast. Ja, alle zwei Folgen. Ach, du guckst doch mal im YouTube-Kanal. Ne, auch auf Twitch. Ich wollte eigentlich auch Twitch mitgucken, aber irgendwie hat's dann nicht funktioniert. Na gut, nachdem ihr dann mit Wii Sports aufgehört habt, war ich auch raus gestern. Oder vorgestern, Entschuldigung. Naja, gestern zählt tatsächlich auch, weil wir waren bis zwei Uhr glaub ich wach. Mhm. Ja, das stimmt schon. Habt ihr noch bis halb, also halb eins, Minimum ja noch Wii Sports, soweit ich weiß. Minimum war ich ja noch mit dabei. Und danach haben wir noch tatsächlich 49 Minuten noch Guitar Hero gespielt. Mit vielen technischen Problemen und vor allem einem, wie du schon sagtest, Alkohol-Kicked, Luca. Ich hab ja einen neuen Tech-Nine-Skin gekriegt. Nein. Bringt mir zwar gar nichts, weil den werde ich später so oder so wegschmeißen, verkaufen. Wenn du den verkauft kriegst, ist die Frage. Du, man kriegt alles verkaufen. Und ich hab endlich herausgefunden, wie man bei Steam-Market wieder was runternehmen kann. Hey. Weißt du, wie es geht? Ja. Ja. Ja, doch. Ey, Kevin, kann ich den anderen Stat-Trak-Nova-Skin von dir geliehen haben? What? Du hast den zweiten Stat-Trak-Nova-Skin. Das fällt mir gerade auch auf. Halte mal, was ist denn das? Oh. Oh. Ja, es gibt da ein Problem leider, weil das ist eigentlich meine CT-Nova. Das tut mir leid. Oh. Aber warte mal, ich kann dir die Ghost-Karmut tatsächlich schenken, wenn du willst. Ne, ich würde die so oder so zurückgeben auf jeden Fall. Es sei denn, wenn du sagst, du schenkst sie mir, dann verkaufe ich die später. Weil ich kaufe später, wenn ich Geld habe, 100 Euro Steam-Muthaben aufladen und dann komplett in Lila-Neskins investieren und so. Mhm. Können wir mal kurz bitte festhalten, dass tatsächlich der Item-Server wieder halbwegs läuft? Hat sich auch ein bisschen beruhigt jetzt, ne? Ja, was ist da los? Warum sind die chinesischen Bots inaktiv? Und falls du noch andere Waffen hast, die du nicht brauchst, Kevin, wäre schön, als es geht ihm so. Aber wie gesagt, alles, was du mir dann leist, gebe ich dir auf jeden Fall zurück. Wow. Bitte, was soll die wert sein? Hä? Wie gesagt, ich würde dir die dann zurückgeben. Ja, okay, gerne, danke. Die ist wertvoller, wie beide meine anderen Lovers sind zusammen. Ist das probenlos? Ist das ne Einsatz der Profe? Alter. Dann gebe ich die dir auf jeden Fall wieder. Junge. Man merkt, dass die Collection was älter ist. Wovon? Was ist die nochmal? Ah, von der eSports wird er 13. Das erklärt einiges. Einfach schönes, gutes. Wo ist dein Handy da? Also so Knives könntest du mir auch leiden. Kriegst du auch wieder. Kreuzhäuse. Ok, das wäre dann... Ne, das wäre auch ein bisschen viel hier, glaube ich. Darum geht's nicht. Meine Knives bleiben da, wo sie sind. Darum geht's. Achso. Irgendwann leichter als Kevin. Ah ah. Ich verleicht den Knives. Dann, wenn er nicht hinguckt. Ah ja. Was müssen wir jetzt machen? Ja. Ich kann zwar behaupten, äh... Lisa hat zwar Tobi, ne? Aber ich habe Tobi seinen Schwanz. Wow. Amin. Tobi hat ein Messer geliehen. Ja, ja. Dauerleihgabe. Tobis Big Dick. Ja, ja. Also lass mal so. Theoretisch könnte mein zweiter Count auch schon ein zweites Knife haben. Geliehenerweise. Und zwar das von Chris. Ja, ich war mal wegen, äh, mir für das Messer hier, kannst du ja umbenennen, mir so ein Name-Tag mal zu kaufen und das Big durch Lidl ersetzen. Lidl Big Dick. Tobis Little Dick. Lui. Aber ne, ich bin Tobi dankbar, dass es mir geliehen hat, dass... dass ich so wie es ist, bis ich irgendwann mal... Musst du da jetzt über Handy bestätigen noch, Kevin, oder wie? Ne, ich versuche gerade über das Handy rüber zu schicken, die Anfrage, aber... Ich vergesse immer wieder, dass es nicht ganz so easy geht, wie ich es mir gerne wünschen würde. So. Aber ja, bestätigen muss ich auf jeden Fall noch. So. Achja, der Typ ist ja offline, da war ja was. Äh... Kann man ja ändern. Äh... Gar nicht, wo ich sie sehen kann, wenn ich das letzte Mal online war. Also... Kannst mir auch einfach ein wenig komplettes Inventar rüber schieben. Jaaaa, ist klaaaaar. Doch irgendwann... Wie greedy möchten sie werden, Glasi. Jaaaa. Ey, das war ein absoluter Joke, ja. Ich weiß. Aber trotzdem... Greedy werden muss sein. Sind wir mal ehrlich? Auch wenn das ein Joke war. Jeder, der das sagt, so innerlich... Tu es! Please? Mommy? Natürlich, Junge. Weil Kev nen Inventar von was weiß ich wie viel hat. Was hat denn das? Angebot nachgegönnt. Er hat sich gegönnt. Ist das Graffiti... gewesen? Angebot bestätigen, rüber damit. Was? Graffiti? Aber Kevn hatte gerade... irgendwelche Graffitis geöffnet gehabt. Hä? Bruder? Ich hab noch wieder 5 neue Kisten. Ich hab nicht Gas noch. Ich hab grad was verschickt. Welches Programm ist abgestürzt? Ich find stark, dass ich... Wenn ich will! Woll grad sagen. Wahrscheinlich schon. Hätte nicht. Ey, das wär wirklich... Das wär echt böse. Vor allem wenn die Zeichnung nicht zwischengespeichert wäre. Kein Zeichner oder Bildbearbeiter jemals tut. Zwischenspeichern tut man nicht. Nee. Einmal was gone, ist es gone. Alter. Ist das der fucking ernst? Mach. Bananen-Ballermann. Hä? So ne Banane... Äh... So ne Revolver mit Bananens... Und diese... So gefakt Schikita-Aufgräber. Dankeschön, Herr Wendchen. Jetzt hab ich immerhin schon mal wieder Nova-Skin erstmal. Wetter fest. Aha. Äh... Kickst du in der Revolutionskiste? Äh, wenn er sie nicht automatisch geschweichert hätte. So. Dann jetzt Frage. Äh... Only Train oder auch was anderes? Ja. Ach, Train kenn ich wenigstens. Ja. Nee, außer nicht. Oh oh. Warum hat er jetzt nö gesagt? Oh. Das war aber nur Fehler, Alter. Okay. Das glaub ich dir, Krabbi. Das glaub ich dir. Aber du willst nicht wissen, was ich für ein Herzstillstand hatte, als ich gelernt herausgefunden habe, dass meine Festplatte tot ist. Mit all meinen Werken der letzten sieben Jahre. Ah. Auch mit der Musik? Und? Ja, die Musikfestplatte. Ja, aber ich glaub die Musik war für Kevin eher so ein, ja gut, das gibt's halt online, das kann man wiederfinden. Ist halt viel Arbeit, aber ich glaub was Kevin wirklich traurig macht und mein Gott, ich hab absolutes Verständnis dafür, äh, seine komplette Arbeit von der Bildbearbeitung. Ja. Weg. Nein, leider nicht. Ich hab die, ich hab die Platte sogar eingeschickt und hätte sogar akzeptiert. Ach so. Ach so. Dass diese Scheiß-Reparatur meinetwegen 2000 Tacken kostet, ist mir scheißingerlaubt, ich geh meine Daten wieder. Aber die haben gesagt, da ist nichts zu machen. Meine Festplatte hat sich clean zu Tode gerissen. Also, äh, Kevin, ne, die Aussage, das hättest du grad anders, äh, formulieren müssen. Ich sag so, ja, ist halt kacke und Kevin so, nee, leider nicht. Und ich so, ach, findest du super gut, dass deine Sachen weg sind. Genau diese, diese Meinung hatte ich auch, Krabi, weil, komplett, halt die Fresse Psycho jetzt. Ähm, meine kompletten sieben Jahre Werke, logischerweise, fürs Grenix waren gone. Das heißt, die ganzen Avatar-Bilder, die ganzen, äh, ähm, Hintergrundbilder. Ja, für C. Meine ganzen Vorlagen für die verschiedenen Medaillen, für die verschiedenen Hintergründe, für die verschiedenen Schriften. Ja, da steht jemand bei dir. Ja, ich weiß. Ähm, meine Werke für meinen YouTube-Channel, mein neu, mein revampedes Logo war weg, mein revampedes, äh, mein revampeder Schriftzug war weg. Ähm, diverse andere Sachen, die ich designed habe. Zum Beispiel auch für meinen 3D-Chat sind viele Produkte jetzt auch flirten gegangen. Die Assets davor. Ich sterbe einfach nur noch. Also, äh, es ist halt echt so viel gone. Und das ärgert mich. Dreckiger Hohensinn. Nice. Glaub, rein mit Ava. Oh, Enso. Ich hab' ihn geh-hitted mit Ava. Oh, da hab' ich ihn genauso. Oh, da hab' ich ihn noch geneift. Ich geh' nach oben. Ich will nach Hause gehen. Äh, eben. Belastung, was? Oh, Mann, ey. Ich halt' IV. Belastung, ja, ja. Move it, move it. Das ist halt... Was hab' ich mir zu tun? Ich glaub' ich halt Ivy doch nicht, sondern unser Mate. Ah, das ist mit mir. Dann halt' ich das mit ihm zusammen. Ob er hält besser. I'm going to the left. I don't know who it is. Bei B. I'm gonna be a B. Das ist aber auch fully A. Also, fully B mein' ich. Oh, 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 oh. Kevin, wechsel. Doch nicht wechsel. Alle B. Ja, am Ende hab' ich doch noch gesehen, dass ich alleine dort bin. Top. Alle drüben bei A. Ja, einer ist durchgepusht und der andere ist irgendwie verschwunden. Jaaa, noch einer da oben. Komm, schau. Kannst du mich verarschen? Einer on top, Kevin. Das ist ja der on top. Recht von dir. Was hast du denn jetzt? Oh, sorry. Oh. Warum hat der nicht durchgefused, dieser Idiot? Durchgefused? Sind wir jetzt in Rainbow? Run! 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 Warum hat der denn nicht durchgezogen, der Vollpfosten, Alter? Das verstehe ich aber auch nicht. Der hätte locker schon links. Der hätte locker schon links geschießen können. Der hätte schon links geschießen können. Jaaa! Ich glaube, dass er einmal weggeguckt hat, hat er das nicht. Was? Ja, er hätte aber nicht weggucken sollen. Ich hab' ihn doch abgelenkt, Mann! Äh, sorry, Kev. Oh, bodenloser Idiot, ey. Oh, sorry, ich hab' mich einfach nur so hart gefreut. Die Grünen sind in Bremen abgeweht. Sehr gut. Oh, ich hab' so Schiss gehabt, dass die Grünen wieder gewählt werden. Ich glaub', ich glaub', dass es jetzt mit deren Denkzettel zu merken, Digga, wir... Es ist ein A. Oh, fuck, da kommt einer. Oben einer. Oh! Leute, komm doch auch nicht allein mit, der Scout dagegen an. Fuck. Der letzte ist echt auf B. Ja. Mit der hat mich wieder los. Der letzte ist auch nicht. Der hat da hinten drinne. Ich hab' ihn doch... Psycho, ich hab' was für dich. Ich glaub', dass du ein B so gut gehalten hast. Oh, Psycho. Kevin, danke für den Skin, der hat mir grad Glück gebracht. Na? Ich hab' genug Kohle. Ich hab' grad' zwei Diegelbretter verteilt, was erwartest du? Ja, ich auch. Und ich hab' bei den Diegel keinen Skin drauf gehabt. Deswegen tut das noch mehr weh. Für die Gegner. Oh, Jesus. Wenn das jetzt auch bei den Bundestagsweilen so gut läuft, dann... Dann... Dann tschüss, Grüne. Hoffentlich, Alter. Mit euren ganzen Verboten habt ihr aber auch selber Schuld. Ich glaub', der Sandmann braucht selber einen Sandmann. Weil der hat sich schlafen gelegt. Na. Er sagt, ein Ledder ist was, okay? Ja. Er hat ne Scout. Ein Ivy. Mit Scout. Two, 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 two. In der Dicke. Main? Ja, da. Oh, Gott. Ja. 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 Au butt. Nächster, links abbiegen. Hahaha. Falki, hat der dich nicht gehört? Rechts Schade. Schade. Oh Gott, einer steht close Я gernOad Links. I失 Klimmung. Die Granate war böse und der andere kommt los links, ja, wir sind aufgehauen, naja. Die wollen aber auch ihre Waffen spalten, ne? Ich weiß ja nicht wie es euch geht, aber oh, diese Ruhe. Ja, ne? Wenn der endlich seine Schnauhe ist, dann... Ja, Digga, der hat so ins Ohr gebröt, ich konnte mich kein Stück konzentrieren. Der hat auch recht schlechtes Englisch, der Typ. Erstens, das kommt noch dazu und der beschwert sich über Julia. Darüber kann ich mich nicht beschweren, also mein Englisch ist auch nicht so jene Form der Erde. Achso, ich... Ich kann mit ihm ganz reden. Dann hat er aber keinen Spaß mehr. Hilfe! Was ist das denn? Was ist das denn? Dann liegt der M4 unten, wenn du willst. Nein, der M4 hat lieber. Wo denn? Die sind schon durch Main durch. Hier oben bei B. Der eine ist auf A. Und eigentlich sind auch noch ein paar. Die sind jetzt hier oben. Oben rechts. Jetzt habe ich auch mehr Waffen. 15 AP der eine. One is Ivy. Or two. Or three. Or maybe five. Das ist mir doch egal, Alter. Ne, ich brühe nicht dich an. Brühe den random an. Ja, aber du hast doch nichts dabei, Alter. Close right down. You saw one. You saw one in Main. Oder er hat den in Main gesehen. Also pass auf. Einer links Hüger. Und einer war rechts. Ja, Alter. Wir flicken der. In A, in A. Einer fliegt genau rechts. Genau. Und der andere ist gerade links. Ne, der plantet wieder hinter dem Tray. Oh man, der plantet. Links. Rechts, rechts. Me and you. Swank. Der ist Swank. Ah. Oh. Der random muss sich das gerade so verkneifen, nicht einfach rumzuschreien. So wie der sich anhört. Ich find das auch geil. Weißt du, Kevin rennt da vorne die Rampe hoch. Ich krieg's aber voll ab. Ja. Kann jemand anderes Ivy halten? Kevin zum Beispiel. Ah, du hast auch Nova jetzt. Das ist schlecht. Ne, du hast gar keine Waffen mehr. Ah, du hast deine Waffen dem random gegeben. Stark gemacht, Kevin. Ah. Ja. Und dann. Der hat gemacht. Komm B. Also ja, es sind alle B. Also ich weiß nicht, warum wir immer noch auf A gehen. Ich bin zwischen A und B. Dann kannst du da hoch und ab geht's. Ja. Jetzt rechts gucken, rechts gucken. Ja. Komm B. Komm B. Deine Farm aus einer des Rampe. Ne. Da bin ich zu low für. Zweiter an. Einer auf. Zweiter an. Der hat 11 in 1. Aua. Nova. die distanz hätte tot sein müssen was war das soja ich fliegen hast du richtig verstanden und mir kommt zwei entgegen das war die fp er ist doch in der ecke ich hab ihn nicht gesehen das c4 steht vor ivy ja es bringt mir aber nichts wenn einer bei mir ist er krebst halt wie der letzte krebst das ist halt unglaublich er denkt sich so crap brave es ist hat er nicht gesehen ich kann in die zukunft ziehen ich weiß genau was nicht ich habe an sich auch kevin aber wir halten nicht rein also wir fliegen nicht so rum ich bleib mal fest weil deswegen nein 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 und weil deswegen ich bleib bei ivy bombe liegt ne ich bleib bei ivy weil einer mich grad konterflasht einer von den letzten beiden ist in ivy der war clean der war schön clean ja 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 ich war grad alle gefordert weil ich hab grad ne flash geworfen und da kam der molly rausgeflogen es war so abfakt ja 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 hat gut funktioniert ich finde die kills abteilung gut immer zwei weniger bei uns ich hab sie spätrafen 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 b also auf jeden fall b ja die fliegen an das b ah du gehst über t spawn ok ja ich hab ja eigentlich noch was gehört sogar hoi hoii ooooooh 76 damage geht fast die Ketten runter rechts ja schön letzten drei on spot tappt tappt schön ich geh rum lang also einer ist noch am spot von hinten boah nein 88 in 1 Kommt hoch, ist also die beste Rampe. Zweiter, andere. Komm ich wo der andere ist. Ey, du hast schon nichts von dir. Der ist irgendwo links. Also einer oben, einer hier unten. Da hast du keine Zeit. Letzter oben. Da hast du keine Zeit. Da hast du keine Zeit. Da hast du keine Zeit. Oh boy. Oh boy. Ach, du hast sogar was drauf gesehen. Das Baum renne ich weg, wenn es letzte Runde ist, Alter. Weil du es eh nicht geschafft hättest. Also es helft deine KD. Ja. Also es kann ich ehrlich jetzt. Es hätte nichts gebracht. Es hätte deine KD nichts gebracht und die Runde war so oder so verloren. Blöden gesagt, aber ist halt so. Ich hab schon wieder den Baum. So, Krabben-Shaming. Wenn du sie nicht willst, gib sie her. Ja. Ne, Moment. Nein, 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 Krabbi. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Krabbe und einem Krebs. Es sind Unterschiede. Ey. Trotzdem sei eine Familie. Mich gibt's da keine. Deine ist ein Schiff und das andere ist ein Frischkäppich. Ey. Äh, eh, eh. Schön, Kevin. Ich bin hinter dir. Ei, wie steht? Aua. So gut wie tot. Bin nicht mehr hinter dir. Main steht. Ja. Main hat 25 Damage. Maaan. Z ist einer. Z hat 30. Z und Main, die letzten beiden. Planted. Die gehen auf A. Die sind zu A gegangen. Laufen, Julia. Genau da hin und planten. Können wir kurz den Time out machen? Einfach Maustaste drücken. Einfach Maustaste drücken. Einfach Maustaste drücken. Linke Maustaste. Ja, krieg nicht. Warum denn jetzt? Du musst da. Jetzt. Achso, die waren ein Stück zu weit weg von dem Zug. Dann geh ich mir nämlich eben eine Pizzeiten auf und schieben. Bis gleich. Alter. Lol. Let's go. Der letzte war der der Z war. Ja. Also der war links irgendwo. Der müsste irgendwo links sein. Was? 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 Weißt du? Es gibt Dinge, die hätte ich dir nicht zugetraut. Aber dann tritt mir wieder ein. Was? Pupil Playground könnte dir gefallen. Worüber wir in deinem Geburtstag geredet hatten. Letztens. Was? Ei, 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 ei. Okay. Äh, Pupil Playground könnte dir gefallen. Ähm. Ne, wenn du noch einen Schritt nach vorne gemacht hättest, dann hättest du noch eine Flash mitgenommen in die nächste Runde. Oh. Wo, dir traue ich sogar zu, dass du das Spiel vielleicht schon hast. Welches? Pupil Playground. No. Würde dir gefallen. Nein. Also. Ich nehme die Dings mit. Also ich sag's mal so, das Spiel übernimmt tatsächlich das, wie es heißt. Kann man die auch essen? Äh, es gibt ein Fleisch- und Blutfressendes Bakterium. Ja, kann man also. Nein, also. Weißt du, ich dachte mir so, diese Gothic-Ansitze bei ihr gehen ja noch, ne. Aber dass sie wirklich ein Dämon ist, hätte ich nicht erwartet. Immer perfektes Timing. Unser C4 rennt gerade nach B. Wer ist das C4? Ah, Julia. Achso, ich komm zu. Boom, 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 komm, komm, boom. Bro. Ich komm zu A. Goi, goi, boom, goi, goi. Was? Das fliegt voll weit, Kevin. Geht's ihm noch gut? Oh, hinter dir, Psycho. Oh, hinter dir, Psycho. Links, Julia. Genau. Nice. Hab ihn angeschaut. Also. Sorry, Psycho, ne. Alles gut, du hast mich ja nicht getroffen. Zum Glück. Meine Nummer grad auf Ivy war assig. Er hat Bumpchen? Ach, nein, nein. Weiß, ich dreh mich um, klick ihm den Schädel weg. Sein Kollege kommt rum, den zieh ich auch noch weg. Oh, Alter. Komplett casual. Ey, sorry, Leute, ich weiß nicht, weil das kann, aber ich muss mal kurz senzen zu machen. Irgendwie stinkt dir das grad auch. Ach, Rauch. Alles gut. Oh, Mensch, das hatte ich ja auch gerade, als ich ein Bug Open aufgemacht hab. Kam mir erst mal so ein Rauchwollchen gegen. Autsch. Das ist irgendwie schon traurig. Ist das auch was dran? Na? Da wollte aber grad jemand hier hochpushen. Keiner peeken? Ne, das Ding ist, normalerweise schlägt mich das nicht so, aber ich hab irgendwie grad Bock eine zu rauchen und dann... Du hast ja auch gehört, da war ja was. Ja. Aua. Ey, ich bin jetzt seit über einem Jahr clean, okay, ich bin absolut stolz auf... Ja. Ja. Ich bin drin. Das hat B. 14. Februar 2022. Darf ich planten? Ja, das. Ja. Es wäre wünschenswert. Okay, einer kommt vor CT, er hat 27 Damage, kommt hinten für Heaven. Da ist auch noch was Z. Sehr schön glasi. Z. Z. Warum? Weil gelb ein Pennyverkäufer ist, deswegen. Und ein Mandala haben Künstler noch... Ich laufe, ich laufe und sneak richtig schön, ganz entspannt vom Pop-Doc zu Z, ne? Und gelb? Ich kann springen, ich bin immer höher. Was? Nicht kaufen. Ah, das ist ja grad richtig scheiße geworden. Danke dir. Ne, aber, äh, wie gesagt, er ist ein Pennyverkäufer und halt, äh... Ein professioneller Mandala-Künstler. Und Kevin, wie habe ich das auf CT überlebt? Das habe ich, keine Ahnung. Ich habe es leider auch nicht gesehen. Das würdest du es wahrscheinlich mehr verstehen. Nein. Hört auf um die Ecken zu krebsen, das hilft euch nicht. Oh, wäre mal lieber kacke. Zeig doch, hört auf den Ecken her. Noch einer Z. Komm durch, komm durch. Ich plant wieder. Mach das. Der Versuch war ein bisschen wild. Z ist auf dem Psycho. Ne, doch nicht. Julia guckt hin. Bleib da, guck da hin, guck da hoch. Mach ich auch. Z kommt. Main, 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 einer Main. Doch, ach ne. Besser, leider. Siehst du nebenbei, was ich meine mit professionellem Mandala-Künstler? Ja. Schafft er das noch? Ja. Beide mit dem Tögel werfen runter. Sorry, Psycho. Randy, was kannst du eigentlich? Wir hatten ja auch einen Fehlkoll gegeben. Wie kam der Typ an 10 Kills? Wie? Luck. Du merkst das schon. Weil ich echt keinen gekriegt habe. Ach, ich hab doch einen. Oh, jetzt haben wir dann ein Geldproblem. Vielleicht ist doch bestimmt ganz viel Geld jetzt. Aha. Aha, hab ich auch. Julia, kannst du mir eine AK-Joke? Eine was? Eine AK. Eine AK. Na schön. Weißt du, wer ich mit der scheiß Nova machen soll? Riii! Wollen wir trauschen? Nein. Das war's mit dem Mandala. Alter, was ist denn? Schon einer tot? Schlecht, ne? Was? Ich hab ihm einen Headshot gegeben. A oder B. War einer. War einer. Eck, das hast du jetzt mitgekommen. Du, Julia. Da merke ich noch einen Time-On-Core theoretisch. Nein. Weil in 5 Minuten muss ich meine Pizza holen. Fast von B. Julia. Ich geh mal brennen. Oh, oh. Das gibt's jetzt von hinten. Der ist ganz in mit 10 AP. Och, ne. Long B, Long B. Tu, tu. Tu Long B. Einfach plan. Tu Long B. Na, na. 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 Leider brauchen wir den ansatzweise irgendwie. Wie? Wieso? Weil er Kills macht. Er macht unnötigen Ballast. Das macht er. Er bringt viel Blut. Alvie durchrennen? Alvie durchrennen? Wir wissen welche Blutgruppe. Alvie durchrennen hab ich gehört. Was für ne Blutgruppe? Der entspendet der Blut. Der was? Und bei dir? Interessiert uns das ob der Blutspende? Nope. Nein, ich meine, wenn einer von uns verletzt ist. Für die Freude! Schlechte Idee. Okay, wir gehen da doch nicht lang. Da steht ne Awe. Da steht zwei. Oder wir beenden die Stellung, wenn einer von uns verletzt ist. Der andere war gut, Junior. Jetzt musst du es nur noch in Kriegkiste machen. Kevin? Kevin? Number one. Der linke ist schon mal rechts. Blasi. Kannst du weitergehen? Blasi, ist du kein... Ach, die Awe ist tot. Was ist das, was du meinst? Ach, dann trennen da. Einer. Blasi? Wollte grad sagen. Ich hab dir die Awe. Nein! Warte. Das ist doof, Julia. Oh, da ist einer. Da ist einer. Guck lieber links. Da steht noch einer. Ah! Er hat mir noch einen Headshot mit der Pistole gedrückt. Julia, komm mal rum. Oh Gott, er steht spot. Auch einfach durch. Nee, nicht ganz. Nice, gut. Äh, links von dir? Close, links. No. Oben? Nein! Ich hab zu weit nach rechts gezogen. Schade, nice try. Ja, was machen wir jetzt? Also wirklich, only, only 10, oder? Ja, vielleicht wieder neue Maps. Vier neue. Drei neue Maps hab ich schon raus. Wir sind raus? Ja. Na gut, okay. Wir haben Sonntag, wir haben Zeit 12. Äh. Ja. Ja gut, dann kann ich wenigstens irgendwo essen. Könnt ihr. Weil zwei Vendoms verkrafte ich nicht. Und mit dieser Hemmenttäuschung? So, ganz sad. Peace. Guck, oder zieh ich mir in American Dad rein. Äh. Ich empfiehle dir eine andere Serie. Die da wäre. Irgendeine, aber du wirst sonst enttäuscht. Ich weiß ja nicht, wo du bei American Dad bist. Ich bin die komplette Serie.